Ich lasse mir nicht absprechen, dass ich einen herzlichen VfB habe. Zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter hinten. Da Fittesberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Kiknitzer hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt sieht das Ziel aus. Und der Volk für Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung, wie immer, vom Vertikalpass. Hallo Sebastian. Hallo, schönen guten Abend. Sebastian, wir sind wieder da. Es sind gerade mal sieben Tage rum und wir nehmen bereits die dritte Ausgabe auf. Aber ich meine, Themen gibt es ja beim VfB noch und nöcher. Und ja, es gibt eigentlich schon genügend Themen, aber es hat sich noch ein Thema hinzugesellt. Der VfB Stuttgart hat mal wieder einen Trainer entlassen und einen neuen eingestellt. Darüber wird es heute, denke ich mal, das ein oder andere Wort zu verlieren geben. Aber es gab auch noch ein Spiel in Augsburg. Ich kann schon mal aus dem Nähkästchen plaudern und verraten, dass ich mir was Besonderes für dieses Spiel überlegt habe. Aber ich wollte erst mal wissen, wie du dich jetzt entschieden hast. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere Hörer noch daran. Bei dir stand zur Auswahl, fast schon friedfertig, einen Geburtstag genießen oder ab und zu mal aufs Handy gucken und natürlich dann zusätzlich den Geburtstag genießen. Für was hast du dich denn am Samstag entschieden? Ja, ich wollte eigentlich so eine Hybridkombination machen. Ich hatte das Handy erst noch im Auto, weil es noch laden musste und wollte es dann so nach 20 Minuten dann holen. Und auf dem Weg nach draußen zum Auto sagte mir irgendjemand, übrigens steht 2 zu 0 für Augsburg. Und dann bin ich umgedreht und bin dann zur Halbzeit zum Auto und dann stand es 3 zu 0 für Augsburg. Und ja, dann war das Thema ja auch schon durch. Und ich muss gestehen, also wahrscheinlich bin ich ein schlechter VfB-Fan, aber ich war gar nicht so undankbar, dass es jetzt halt kein super knappes, enges, spannendes Spiel auf Spitz und Knopf war, wo ich mitfiebern musste, sondern dass ich einfach sagen konnte, okay, 0 zu 3 zur Halbzeit, ich lasse das Handy einfach im Auto und gucke dann, wie es am Ende steht. Und dieses Spiel verpasst zu haben, tut mir dann auch nicht wirklich weh. Ja, ich denke mal, das geht vielen Fans so, die dann ja auch freiwillig gegangen sind in Augsburg. Die Bilder gingen fast schon durch Deutschland oder durch ganz Deutschland. Dennoch, es interessiert mich, also du hast zur Halbzeit den Halbzeitrückstand gesehen und zwischendrin dann gar nicht mehr aufs Handy geguckt oder hast du ab und zu nochmal nachgeschaut? Ja, wir waren auf dem, wie gesagt, auf dem 75. Geburtstag von meinem Schwiegervater und da waren auch noch andere VfB-Fans und jeder hatte irgendwie ein Handy in der Hand und dann hat man die Zwischenstände schon mitbekommen und dann 4 zu 0 und 5 zu 0 und 6 zu 0 und ja, also ich habe das schon relativ deutlich dann mitbekommen, wann die Tore gefallen sind und war dann ehrlicherweise ein bisschen dankbar, dass ich weder in Augsburg im Stadion war wie viele andere VfB-Fans, noch dass ich es mir irgendwie vom Fernseher angeguckt habe, sondern dass ich auf dem Geburtstag von meinem Schwiegervater war und immer ein Glas Sekt in der Hand hatte und das dann relativ an mir abprallen lassen konnte. Ja, ich hatte kein Glas Sekt in der Hand, aber einen Kugelschreiber, denn meine Idee war, komm, setz dich hin, nimm einen Diener A4-Block und schreib einfach die ganze Zeit auf, was dir so während dem Spiel einfällt und was dir auffällt und dann kannst du dich anhand deiner Notizen schön am Montag durch die Sendung hangeln und das ein oder andere ansprechen, denn bei so einem wichtigen Spiel geht man ja davon aus, dass es wirklich die Kleinigkeiten dann letzten Endes sind, die, ja, die Entscheidung bringen. Aber was wusste ich, als ich diese Idee hatte, denn es sollte sich dann doch ein bisschen anders gestalten, es waren dann weniger die Kleinigkeiten, die hier über den Endstand entschieden haben, es war dann doch relativ offensichtlich, was da schief lief. Was wir jetzt machen können, ich kann mal so ein bisschen grob über meine Notizen gehen und ich glaube, es wird dann relativ schnell klar für alle, die das Spiel vielleicht wie du, nicht gesehen haben, was sich da abgespielt hat. Also ich habe mir, wie gesagt, dann immer minutenweise Notizen gemacht und meine erste Notiz, die kommt aus der ersten Minute und da habe ich geschrieben, die erste Offensivaktion ist ein langer Ball aus dem eigenen Abwehrdrittel. Der Plan von Markus Weinzierl ist jetzt schon dem ersten Sechsjährigen auf der Haupttribüne klar und die Augsburger beginnen, die Stuttgarter Offensivattacke zu dechiffrieren. Das war also mein erster, das war also mein erster Einwurf sozusagen, denn bevor ich jetzt wirklich wieder anfange, jeden einzelnen Spieler da oder Maß zu regeln oder so, ich habe halt nicht verstehen können, dass man erneut so einfallslos in dieses Spiel geht. Also du siehst, du siehst, die Augsburger kommen aus einem schweren Auswärtsspiel gegen Frankfurt, das sie erfolgreich bestritten haben, aber jetzt auch nicht das Fußballspiel neu erfunden haben. Also die haben immer noch den Druck, wenn sie dieses Spiel jetzt hier verlieren, dann ist das Frankfurtsspiel nicht mehr allzu viel wert. Also wichtig für die Augsburger war es, bloß nicht nach diesem überraschenden Sieg in Frankfurt zu verlieren. Also die hatten auch ein Stück weit was zu verlieren gegen Stuttgart, gar keine Frage. Und dann gehst du trotzdem wieder ohne erkennbaren Offensivplan ran und siehst das, was wir jetzt schon seit Wochen, nicht nur unter Weinzierl, eigentlich schon seit Monaten auch unter Korkut sehen, nämlich immer irgendwelche langgeschlagenen Bälle ins Nichts, die mit Glück mal irgendeinen VfB-Spieler erreichen, der dann aber auch nicht so richtig weiß, was er mit diesem Ball anfangen soll. Und so ging das wirklich direkt schon in der ersten Minute los und in dem Moment war für mich eigentlich schon klar, okay, die wissen heute wieder nicht, wie sie es lösen sollten. Dann kam ja noch die Aktion dazu, dass man Ozan Kabak als Sechser eingesetzt hat. Als du das gesehen hast bei der Aufstellung, was war da dein Gedanke zu? Hast du es nachvollziehen können? Nee, null. Also ich, man muss ja sagen, also auch in der Twitter-Bubble vor dem Spiel wurde das ja öfters mal angemerkt, ja, der Kabak kann ja auch Sechser spielen. Naja, ich meine, der Kabak ist halt 18 und der ist Innenverteidiger. Und Markus Weinzierl hat dann schon statt Pavard mal auf rechts gestellt und hat sich dafür dann feiern lassen, dass das geklappt hat. Aber ja, man hat ja gesehen, der war halt dann auf der Sechs komplett überfordert. Und also ich habe es so ein bisschen verglichen, also im Nachhinein, als ich dann gesehen habe, mit dem Rauswurf von Hannes Wolff, weil der hat dann, also jetzt vom Kabak mal weg, Hannes Wolff hat damals ja dann Brün Larsen als Rechtsverteidiger aufgestellt. Der hat nach, ich weiß gar nicht, wann es 10 Minuten, 8 Minuten, 12 Minuten den Elfmeter damals verursacht. Und diesmal stellt dann Esswein, äh, stellt, Weinzierl Esswein als Rechtsverteidiger auf. Also und dann dauert es 11 Minuten und dann flattert halt ein Ball von der rechten Flanke rein in den Strafraum und Esswein hat halt keine Ahnung, wie er es irgendwie verteidigen soll. Und ja, das war für mich irgendwie so ein Synonym für die ganze Situation. Also es war so ein, weiß nicht, also es hat Weinzierl irgendwie aufgestellt. Entweder es klappt oder ich bin meinen Job los. Und ja, so ist dann halt auch gekommen. Aber also sowohl Kabak auf der 6, wie auch Esswein als Rechtsverteidiger, ja, fand ich sehr, sehr optimistisch. Und es hat sich dann nicht, ähm, nicht erfüllt, was sich Markus Weinzierl von dieser Aufstellung dann erhofft hat. Ja, ich hab mir gedacht, du hast in den letzten Wochen einen einzigen oder nehmen wir Ron-Robert Zieler noch mit dazu, zwei Spieler gehabt, die wirklich ihre Leistung abgerufen haben und sogar übertroffen haben, wenn man jetzt über Kabak reden möchte. Der Junge, der ist hierher gekommen, hat sich sofort in die Mannschaft eingefunden, eingebracht, Leistung gezeigt und einfach alles in die Waagschale, wie man so schön sagt, geworfen, was möglich war. Ja, also man konnte Kabak eigentlich in keinem Spiel irgendwelche Vorwürfe machen. Der hat immer 100% hier abgeliefert und war mit Herzblut dabei, hat sich belohnt durch drei Tore, also das konnte man einfach herzeigen, diese Integration auch dieses Spielers, was ja auch beim VfB immer mal wieder so, ja, Verwunderung auslöst, dass die Spieler, die neu hinzukommen, sich nicht so schnell einleben, wie vielleicht in anderen Bundesligameinschaften. So, jetzt hast du diesen Spieler, der sich hier eingespielt hat, seine Position gefunden hat und gute Leistungen bringt. Wie man dann auf die Idee kommen kann, also kann ich einfach nicht nachvollziehen, ihn auf die 6 zu stellen, auf eine Position, die ihm völlig fremd ist, ja, und die wirklich enorm viel Sicherheit erfordert. Und auch, ich habe das ja schon mal hier im Podcast gesagt, auch die Qualität, ein Spiel temperieren zu können, ja, also einfach zu wissen, wann ich wie die Bälle spiele, spiele ich sie eher vertikal, horizontal oder halte den Ball mal, spiele nochmal zurück zum Torhüter oder weiß der Kuckuck. Das ist eine ganz, ganz entscheidende Position, ja, in so einem Gebilde, wie der VfB ihn das momentan auf den Platz bringt. So, und dann ziehst du den Jungen davor und setzt den damit schon von vornherein unter Druck, eigentlich völlig unnötig aus meiner Sicht. Wenn ich überhaupt irgendeinen Innenverteidiger auf die 6 gestellt hätte, dann wäre es noch am ehesten Benjamin Pavard gewesen, von dem ich vielleicht erwarten kann, dass er als Weltmeister diesen Druck etwas besser, ja, verarbeiten kann. Mit Druck meine ich übrigens nicht, dass er da vor einem wichtigen Spiel steht oder so. Aber, ich meine, Kabak weiß doch auch, um was es in dieser Partie geht, ja, und für ihn ist es doch ganz wichtig gewesen, dass er auf einer Position spielt, die er kennt, ja, wo vielleicht jetzt auch nicht jeder schlechte Pass direkt bestraft wird, weil du halt einfach nicht so unter Druck stehst, wie im Mittelfeld. Und ich denke mal, sowas gibt dir dann Halt. Dazu kommt natürlich dann noch so eine Personalie wie Andi Beck, die neben ihm gespielt hat, der dann auch vielleicht mit türkischen Kommandos Sicherheit vermitteln konnte. Also das sind alles so Kleinigkeiten, die ihm mit Sicherheit geholfen haben, sich hier schnell einzufinden. Und dieser Move, ihn auf die Sechs zu stellen, das konnte ich absolut nicht nachvollziehen. Also das war für mich fast schon verblüffend, muss ich sagen. Vor allem, weil man im Spiel zu Beginn gesehen hat, dass die Mannschaft versucht hat, etwas höher anzulaufen, also früher zu pressen. Ja, das war neu, das haben wir ja so eigentlich bislang nicht gesehen, dass wir früh wirklich relativ, ja, offensiv die Leute anlaufen. Sondern das war bislang ja eher immer so, dass wir uns zurückgezogen haben und, wie gesagt, lange Bälle geschlagen haben. Aber in der vierten Minute ist mir das so ein bisschen aufgefallen, dass man versucht hat, da höher zu pressen. Und dann gerade mit einem Spieler, der dann eigentlich gewohnt ist, aus der Innenverteidigung raus relativ bedächtige Bälle zu spielen, der dann schnell umschalten muss, sollte man überhaupt in den Ballbesitz kommen. Was ja gar nicht passiert ist, muss man ja mit dazu sagen. Ja, also ich konnte damit auch nicht so richtig was anfangen. Und Esswein, ja, ich habe auch gar keinen Bock hier, diese ganzen Notizen. Nee, es ist ja so sinnlos. Es ist ja so sinnlos. Wenn ich das lese, was ich mir hier aufgeschrieben habe, also ich habe mir in der sechsten Minute, das war vier Minuten bevor das Tor gefallen ist, habe ich mir aufgeschrieben, wie jede Mannschaft versucht es auch die Augsburger Mannschaft über unsere linke Seite. Insua bewegt sich im Raum schon wieder wie ein D-Jugendspieler. So, das habe ich mir in der sechsten Minute aufgeschrieben. In der zehnten Minute siehst du von Insua, wie man auf gar keinen Fall jemals im Profifußball verteidigen sollte. Ja, er schaut sich da wirklich aus nächster Distanz an, wie sein Gegenspieler eine Flanke reinschlägt, die dann auf der anderen Seite Rani Kadira erreicht, der dann auch keinen Gegenspieler hat, logischerweise, und einfach mal so ein Tor schießt. Von einem Spieler, der eigentlich selten Tore schießt, muss man dazu sagen. Aber diese Drantütigkeit und Lustlosigkeit von Insua, die ist mir schon gegen Nürnberg aufgefallen. Und das kann ich auch nicht mehr mit Druck oder, weiß ich nicht, fehlender Leistungsbereitschaft oder keine Ahnung was erklären. Das ist für mich einfach nicht mehr Bundesliga-tauglich, was dieser Spieler in diesem Moment da abliefert. Und das ist nicht das erste Mal. Also ich weiß nicht, ob du das Gegentor gesehen hast, das erste. Hast du das nochmal angeguckt? Ja, ich war entzetzt, also die Flanke darf nicht kommen und ja, wie gesagt, dann auf der rechten Stuttgar-Seite verteidigt Esswein wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben irgendwie auf der Position und rückt halt dann rein und vergisst seinen Gegenspieler. Er hat auch null Plan, was er da machen muss. Und dann fragst du dich, hey, warum verteidigt der auf der rechten Seite? Warum nicht Beck? Warum nicht Sosa? Also warum spielt er da überhaupt? Ja genau, warum? Erklär es mir bitte. Und ich, ein bisschen, ja, habe ich ja schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, finde ich es schade, dass Markus Weinzierl nicht mehr Trainer ist, weil ich hätte schon noch gerne gesehen, wo Alex Esswein noch gespielt hätte. Also Innenverteidiger, Torwart, Mittelstürmer, also ich hätte es schon noch gerne gesehen, aber das war ja echt so das Credo von Weinzierl, Esswein muss spielen, egal auf welcher Position, aber er muss halt spielen. Und ich habe ja echt nichts gegen Alex Esswein, der haut sich halt immer voll rein, aber du kannst ihn halt einfach nicht als Rechtsverteidiger einsetzen, weil das funktioniert halt einfach nicht. Und ja, wie gesagt, er zeigt Einsatz, aber er hat ja auch dann wiederholt bewiesen, dass er sich jetzt nicht unbedingt für einen Startelfpflicht irgendwie immer beweist. Also er hätte dann von der Bank kommen können und das war ja auch so ein Ding, wo du sagst, also warum einfach? Und ja, wie gesagt, überhaupt gar nicht als Rechtsverteidiger. In der Kreisliga, in der Kreisliga wird schon gesagt, die Leute, die nicht kicken können, die spielen im Sturm. So, und du kannst aus meiner Sicht einen Alex Esswein nicht als Rechtsverteidiger aufstellen und hoffen, das wird schon irgendwie gut gehen. Das ist doch gegen André Hahn, das ist ja kein Spieler, der irgendwie mal den keiner kennt. Ja, das ist ja ein guter Spieler. Jonathan Schmid, der als Linksverteidiger bei, als Rechtsverteidiger bei, Moment, jetzt muss ich mal, Jonathan Schmid. Also Esswein hatte per Personell gegen Philipp Max verteidigt und Max hat auch nur zwei Tore geschossen, also insofern. Nur zwei Tore. Okay, dann habe ich es gerade verdreht, aber es macht ja nichts. Trotzdem spielt er gegen offensiv starke Außenverteidiger. Ja, die kommen mit Max und Staffinidis über die Seite und er ist da mehr oder weniger alleine. Also, ja, deswegen habe ich so das Gefühl gehabt, Weinzierl, das Augsburg-Spiel war halt irgendwie so sein Sieg oder Sarg, Tod oder Gladiolen. Ich stelle noch einmal völlig crazy auf und entweder es klappt oder ich bin halt mein Job los. So genau wie es Hannes Wolf gegen Schalke damals gemacht hat mit Brün Larsen als Rechtsverteidiger, der relativ früh dann den Elfmeter verursacht hat und dann ging es halt den Bach runter. Ich würde fast schwören, dass Benjamin Pavard klar geäußert hat, dass er nicht als Rechtsverteidiger spielen möchte, weil wenn ich Beck nicht spielen lasse, dann lass von mir aus Pavard auf dieser Position spielen. Selbst Timo Baumgartl hat das gespielt. Ich bin mir sicher, dass selbst ein Dennis Aogo das besser hinbekommen würde als ein Esswein. Wahrscheinlich sogar ein Eric Thommy. Aber die Idee, Esswein da hinten hinzustellen, die erschließt sich mir wirklich in Katze. Jetzt geht das wieder los hier mit der Katze. Die Katze. Das geht es doch nicht. Nee, Olaf, du wartest jetzt. Wir sind jetzt hier mitten in der Podcast-Aufnahme und ich habe dich vorhin gefragt, ob du drinnen bleiben möchtest oder raus willst. Brauchst du jetzt gar nicht zu gucken. Alles für den VfB. Alles für den VfB, so sieht es immer aus. Also wie gesagt, es gibt doch Alternativen, die sind jetzt vielleicht nicht unbedingt bombenmäßig gut, aber die sind definitiv besser als Alex Esswein. Nein, gut, du spielst halt, dein rechter Verteidiger ist Alex Esswein. Wie gesagt, nach wie vor, nichts gegen Alex Esswein. Also der haut sich rein, guter Einsatz, aber du kannst ihn nicht als Rechtsverteidiger einsetzen und in der Innenverteidigung Benjamin Pavard, der mit Frankreich auch als Rechtsverteidiger Weltmeister geworden ist. Weltmeister, das geht halt nicht. Baumgartl kann auch einen guten Rechtsverteidiger spielen. Ich möchte nicht mit Maffeo anfangen, aber das kann halt einfach nicht sein. Und deswegen glaube ich, dass Weinzier auch einfach gar keinen Bock mehr hatte. Er hat gesagt, hey, jetzt bringe ich den Esswein irgendwo nochmal und wenn es dann halt schief läuft, dann bin ich halt raus. Scheißegal, aber die Aufstellung, das geht halt einfach nicht. Und da wurde mir auch im Nachhinein viel zu wenig über das Spiel gesprochen. Ja, es wurde ja immer wieder dann direkt, Weinzier, wenn er dann ein Interview gegeben hat, direkt darauf angesprochen, Mensch, glauben Sie noch, dass Sie jetzt Trainer bleiben beim VfB? So eine dumme Frage. Echt? Alter, das ist wirklich, da kann ich auch fragen, ob morgen früh wieder die Sonne aufgeht. Also das war doch offensichtlich, dass er kein Trainer mehr bleiben wird nach diesem Spiel. Aber wirklich mal den Gedankengang von Markus Weinzier zu erfragen, was hier vor sich ging bei dieser Aufstellung, das hätte mich wirklich mal interessiert. Vor allen Dingen, nee, ich fange jetzt nicht wieder an, dass der Pavard eigentlich auf der Hand liegt als Rechtsverteidiger, wenn ich Beck nicht nehme. Oder wie gesagt, stell Jens Kral dahin. Selbst ihm hätte ich zugetraut, einen besseren Rechtsverteidiger zu spielen als Alex Esswein. Und du hast es schon gesagt und ich möchte mich dem anschließen. Es geht nicht um Alex Esswein. Dem Jungen mache ich keinen Vorwurf, dass der da keine Top-Partie abliefern wird, ist doch eigentlich klar gewesen. Wir konnten froh sein, sage ich jetzt mal, dass er als schneller offensichtlich... Mentalitätsspieler. Schneller Mentalitätsspieler. Nee, ist er ja. So, dass er uns da in dem ein oder anderen Spiel bestimmt auch geholfen hat. Das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber insgesamt hat er ja bislang hier sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Wie gesagt, ich fand, zu Beginn sah das ganz ordentlich aus. Und danach wurde es eigentlich ganz, ganz schnell immer, immer schlechter. Und okay, wenn er an diesem Spieler festhalten möchte, kann ich mitleben. Aber dann bitte nicht als Rechtsverteidiger. Also das ist ja wirklich eine neuralgische Position. Du veränderst deine komplette Dreierkette hinten. Das ist ja das eine. Du nimmst Kabak raus. Pavard und Kempf bleiben da. Aber Baumgartel rückt mit rein. Also du veränderst da die Struktur. So, dann springst du statt Zuber jetzt wieder in Suha als Linksverteidiger. Also änderst auf der linken Seite was. Änderst auf der rechten Seite was. Die Zentrale wird durcheinander gewürfelt. Also so kannst du vielleicht auch einer Mannschaft nicht unbedingt den gewissen Halt vermitteln, den die Mannschaft braucht. Ich möchte jetzt nicht Veränderung kritisieren. Aber das ist mir zu wirr, was da passiert. Das wirkt planlos. Aber was Weintz hier gemacht hat, ich meine, das muss man sich auf die Zunge zergehen lassen. Am 30. Spieltag, das ist ja keine Evolution, das ist ja immer noch Revolution. Also der probiert, der immer noch rumprobiert halt. Also der wirft ja immer komplett um. Dann sagst du, hey, wir haben eine eingespielte Fünferkette, das klappt. Ja, und dann sagt jemand, ja, wir müssen aber offensiver spielen. Und dann ist der Karpack auf einmal aus der funktionierenden Dreierkette auf einmal auf der Sechs. Ja, das geht halt nicht. Und ja, ich weiß auch nicht. Markus Weinzel, der hat halt klar, bei Augsburg hat er halt große Erfolge gehabt in Regensburg. Und dann ist er in Gelsenkirchen grandios gescheitert, bei uns jetzt auch. Und ob das wirklich dann so der weiße letzter Schluss war, ihn zu verpflichten halt. Also ich glaube, er wird halt dann auch sich jetzt schwer tun, schnell wieder irgendwie einen Verein zu finden, der die Ambitionen hat, relativ weit oben zu spielen. Weil das war jetzt ja doch sehr desaströs sein, Stuttgart Intermezzo. Hast du Weinzel gerade mit Hamburg in Verbindung gebracht? Hat sich so gehört. Ja, nee, 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 nee. Zehnte Minute. Tor durch Kedira. Mit einem Bolzplatz-Trick spielen Hahn und Schmied Kempf und Insua aus. Die Flanke findet den Kopfball, warte mal, die Flanke findet den freistehenden Kedira-Kopfball-Tor. Esswein? Fragezeichen. Ja, genau, das trifft es. Ja, 18. Minute. Ich überbrücke jetzt hier so ein bisschen oder lasse so ein paar Dinge aus. Ich habe noch, 16. Minute kann ich vielleicht noch vorlesen. Unsere zweite Ecke resultiert mal, nee, das war nicht wichtig. Okay, 18. Minute. Ecke Augsburg. André Hahn gelingt das, was ich immer in der Kreisliga versucht habe. Drei Schritte rückwärts und dann alleine vorm Tor stehen. Per Kopf erzielt er das 2 zu 0. Kein Kreisligaspieler ist bislang auf meinen Trick reingefallen. Zuber schon. Ja, also es könnte jetzt mit den anderen vier Toren noch weitermachen. Aber ich meine, auch die Umstellung, was mir auch gerade noch einfällt und weil ich es hier gerade lese, die Umstellung von Weinzwil könnte ich auch nicht nachvollziehen. Er hat ja dann während dem Spiel von seiner geplanten Aufstellung von diesem 3-4-1-2 oder was war das? 5-2-1-2. Also Zuber war ja schon so ein bisschen vorgelagert nochmal vor den Sechsern. Hat er ja umgestellt auf einen 4-4-2, das auch überhaupt nicht funktioniert hat. Und später hat er dann nochmal auf einen 5-4-1 umgestellt, was auch wiederum nicht funktioniert hat. Aber die Umstellungen an sich fanden für mich, also auch wieder erstens mal zu spät statt. Und zweitens mal, als du gemerkt hast, das 4-4-2 bringt auch keine Sicherheit, dann hätte man halt vorher schon wieder reagieren müssen und vielleicht auch schon vor dem Halbzeitpfiff wechseln können. Auch da gäbe es ja Möglichkeiten, andere Spieler reinzubringen. Also ich für mich hätte vielleicht entschieden, Eswein rauszunehmen und jemanden wie Dennis Aogo zu bringen, den auf die Sechs zu stellen, Kabak wieder nach hinten ziehen und eben Pavard oder Baumgartel raus auf die Rechtsverteidigerposition. Das wäre ja theoretisch möglich gewesen. Aber er hat das einfach runtergespielt. Er hat das über sich ergehen lassen und hat entweder absichtlich nicht reagiert, aber das kann ich mir nicht vorstellen, also das wäre absurd, oder er konnte es nicht besser. Und dazu passt dann auch, das was wir so mitbekommen haben, wie das in der Halbzeit beim VfB angeblich abgelaufen ist. Zum einen hat man aus der Kabine heraus überhaupt kein Aufbäumen gehört oder verspürt, ganz im Gegenteil. Die Augsburger haben sich nochmal richtig heiß gemacht und haben gesagt, wir wollen jetzt hier rausgehen und das Spiel nach Hause bringen und einfach nochmal eine starke zweite Halbzeit abliefern. Und beim VfB ging man mit gesenkten Köpfen in die Kabine und kam mehr oder weniger aus Knien aus der Kabine. Aber nicht, weil Weinzier da ordentlich Druck gemacht hat, sondern weil da halt einfach gar nichts mehr passiert. Und dann gibt es ja auch noch die Anschuldigungen von Jannik Erkenbrecher, der behauptet hat, drei Spieler wären zu Horvath gegangen in der Halbzeitpause, also dem Pressesprecher des VfB, und hätten ihn schon in Kenntnis gesetzt, dass sie nach dem Spiel bitte nicht interviewt werden sollten. Das hat fast schon spektakulär der Twitter-Account des VfB nach acht Jahren Interaktionsverweigerung direkt mal mit einem Tweet quittiert. Die waren nicht mal im Ad oder so. Nein, sie haben einfach sich zu diesem Thema geäußert und haben gesagt, diese Anschuldigungen, die stimmen nicht. Also, boah, das sind schon wieder so viele Themenfelder, die da einfach nur in der Halbzeit aufgemacht werden. Wie hast du das Ganze mitverfolgt? Oder wie siehst du das, was da so abgeht im Kabinengang zwischen den beiden Halbzeiten? Ja, ich habe das ja so in Echtzeit gar nicht verfolgen können. Aber du hast es ja heute auch gesehen. Der Marco auf Twitter, MTA1209, hat ja heute einen Ausflug gemacht in Höhenpark auf dem Kildesberg und hat ja die Aogos getroffen. Und hat dann die Chance genutzt und hat, ich weiß gar nicht warum, aber er hat nicht mit Ina Aogo gesprochen, sondern mit Dennis Aogo und hat ihn darauf angesprochen auf das Spiel und vor allen Dingen auch auf den Rausfuhr von Markus Weinzierl. Und das Zitat, was man hier liest, ist, was der Dennis Aogo dann gesagt hat, ist, die Entlastung war absolut notwendig. 99 Prozent der Spieler waren gegen ihn. Das ist ja nichts, was einen verwundert, weil man hat ja schon das Gefühl, dass er mal zumindest 75 Prozent der Mannschaft verloren hatte, aber vielleicht nicht 99. Ja, und das ist dann halt, wenn das Team halt nicht mehr hinter einem Trainer steht, da kann man jetzt drüber urteilen, wie man will. Aber wenn das halt so ist, dann lässt sich natürlich auch in der Halbzeit nichts mehr retten. Also ich denke, die waren halt echt froh, dass sie ihn los waren. Das ist natürlich genauso verheerend wie das 0 zu 6 in Augsburg, aber das ist halt ein Fakt. Also jetzt weiß ich nicht, ob man so weit gehen kann, dass man sagt, die haben gegen den Trainer gespielt. Wahrscheinlich haben sie es gemacht und waren froh, dass er weg ist, was ein ganz, ganz schlimmes Zeichen ist. Ja, aber andererseits ist es ja nicht so, dass das eine Entwicklung ist, die jetzt von einem auf den anderen Spieltag stattfindet, sondern das ist ja schleichend und das hätte man dann vielleicht auch schon früher feststellen müssen. Wobei man natürlich einschränkend dazu sagen muss, ohne jetzt dem Marco zu nahe treten zu wollen. Das ist natürlich jetzt von der Quelle schwierig jetzt nachzuprüfen, ob das wirklich so war. Natürlich, klar. Also jetzt ohne Gewehr die Aussage von Dennis Aogo. Also das ist nicht geprüft. Es ist ein Twitter-Zitat und es ist gut möglich, dass Dennis Aogo das nie gesagt hat. Wobei es jetzt nicht wundern würde, wenn Weinzierl wirklich die Mannschaft verloren hat. Denn mir ist aufgefallen, nach dem Dortmund-Spiel, also da habe ich so den kleinen Bruch oder einen kleineren Bruch ausgemacht. Weil dieses Spiel wurde mit so viel, also da wurde so viel investiert und man stand letzten Endes dann ohne was Zählbares da. Und natürlich hat man dann gegen Hoffenheim, genau, war das nächste Spiel dann zwar ein 1 zu 1 geholt, aber das war doch schon schmeichelhaft. Also das war jetzt nicht so, dass man da sagen konnte, das hat man sich erkämpft oder so, sondern man hatte schon ein bisschen Glück auch, muss man sagen. Und dann hast du dieses Spiel gegen Frankfurt. Das ähnlich lief wie das Ding in Dortmund. Also wieder investiert, investiert, investiert und dann trotzdem absolut chancenlos. Und ich glaube, mit diesem Dortmund-Spiel ging das los, dass die Mannschaft vielleicht auch nicht mehr ganz das akzeptiert hat, was Weinzierl da so vorgegeben hat. Denn man sollte nicht vergessen, nach dem Dortmund-Spiel hat Weinzierl ja dann wieder einzelne Spieler für diese Niederlage verantwortlich gemacht. Und das ist ja sowieso so ein Stück weit sein Führungsstil gewesen, über Wochen hinweg. Dass es immer einzelne Spieler waren, die er dann in den Senkel gestellt hat. Er hat dann immer wieder gesagt, er möchte hier niemand einzeln herausnehmen und was weiß ich, sondern alle und hin und her. Aber es waren immer, immer wieder kleine Spitzen. Und natürlich jede Spitze für sich, die ist jetzt vielleicht noch nicht so dramatisch, wie zum Beispiel auch die Aussage, dass wenn Mario Gomez seine Chancen gemacht hätte, dann würden wir nicht dastehen, wo wir stehen. Ich glaube auch noch nicht mal, dass er das so extrem meint. Aber für einen Spieler, der momentan wirklich Probleme hat, Tore zu erzielen, sich wahrscheinlich selber hinterfragt, wie das jetzt hier gerade beim VfB läuft, ob er noch am richtigen Platz ist. Also zum einen, ob er die Qualität noch hat, die er früher mal hatte. Und zum anderen, ob er überhaupt hier vielleicht mit dem Wechsel alles richtig gemacht hat. Sind solche Äußerungen mit Sicherheit Gift. Vor allem, wenn man im selben Satz noch davon spricht, dass es alles im Kopf stattfindet. Und dass viele Probleme im Kopf beginnen und deswegen die Leistung nicht abgerufen werden kann. Dann finde ich, sind solche Sätze unverantwortlich. Also auch die Kritik an Donis, so richtig sie gewesen sein mag, ist überhaupt nicht zielführend in dem Moment. Donis meine ich die Aktion, als er in Dortmund nicht mehr zurückgelaufen ist, nachdem er den Ball verloren hat. Das stimmt, die Kritik ist angebracht, aber die muss ich intern äußern, nicht extern. Und das war schon immer Markus Weinzierl, dass er Dinge nach außen getragen hat, die eigentlich intern geklärt werden sollten. Und da wundert es mich nicht, oder würde es mich nicht wundern, wenn er dann Teile zumindest der Mannschaft verliert. Und in den entscheidenden Momenten reicht es im Endeffekt, wenn du drei, vier Spieler nicht mehr hinter dir hast. Wenn davon, oder wenn die vier halt in der Stadtelf stehen, dann reicht es halt nicht mehr, um in der Bundesliga in Augsburg zu gewinnen. Oder um Unentschieden zu holen. Ist einfach so. Also, und ich kann das noch weiterführen. Ach, ich muss mich. Ich kann das noch weiterführen. Wir können wirklich viel darüber reden, über Spieler, die vielleicht nicht hinter ihrem Trainer stehen und so. Ja, das mag sein, dass das mal vorkommt, dass man mit Leuten zusammenarbeiten muss, die man auf dem Tod nicht abkann. Aber Leute, wir sind hier im Profifußball. Und das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr danach sagt, ja, man musste den Trainer entlassen, weil so ging es jetzt nicht mehr weiter mit dem. Das gibt es doch überhaupt nicht. Was ich von jedem Spieler verlange, unabhängig für welche Mannschaft er spielt, ob das für einen VfB ist, oder für so, was weiß ich für welche Mannschaft, von jedem Profispieler verlange ich Einsatz, Identifikation und Respekt dem Verein, den Fans, den kompletten Angestellten, dem Trainer und den Mitspielern gegenüber. Das sind für mich drei ganz wichtige Attribute, die jeder Spieler mitbringen muss, die für mich auch einen Unterschied ausmachen zwischen einem guten Regionalligaspieler und eben einem Profibundesligaspieler. Einsatz, Identifikation und das ist nicht, ich muss hier nicht aufgewachsen sein, um mich mit dem Verein zu identifizieren. Das hat damit nichts zu tun. Ich kann mich auch mit einer Sache identifizieren, die ich erst seit zwei Wochen kenne oder so. Aber das erwarte ich einfach. Siehe Ozan Kabak. Zum Beispiel. Das erwarte ich, dass die hierher kommen, egal wer, und sich mit der Sache hier identifizieren. Wenn sie das nicht können und sich nicht vorher darüber im Klaren sind, dass sie das müssen, sind sie falsch, nicht nur in Stuttgart, sondern auch in Frankfurt oder sonst wo. Das hat nämlich nicht mit Bobic zu tun, das ist nicht irgendwie der Flüsterer der ganzen Outlaws da draußen oder so, sondern das liegt am Spieler selber. Es muss vom Spieler kommen. Es kommt niemand auf euch zu und hilft euch über diese Hürde zu springen. Ihr müsst selber diesen Schritt gehen. Es muss von euch auskommen. Der Einsatzwille muss vom Spieler kommen. Wie gesagt, der Wille, sich mit diesem Verein zu identifizieren, muss vom Spieler auskommen. Und der Respekt, das ist eigentlich eine Grundtugend, die ich schon als Kind vermittelt bekommen sollte. Gegen alle Menschen da draußen. Und dazu gehört es eben auch, in solchen Momenten, wo es vielleicht schwer fällt, sich hinter einer Sache zu vereinen, dann eben trotzdem genügend Respekt vor diesem Verein zu haben und zu sagen, ich stelle meine persönlichen Animositäten mit irgendeiner Person hinten an. Und wenn ich das nicht kann, dann sage ich das und sage, hey, Trainer, wir kommen nicht klar. Lass mich draußen. So viel Größe muss ich auch haben. So viel Größe muss ich auch haben. Die Spieler, so wie Dennis Aogo, die müssen sich darüber Gedanken machen, was sie mit ihrer Karriere machen. Ich habe das Gefühl, dass diese Spieler immer zu irgendwelchen Vereinen gehen in der Hoffnung, dass sie mal was Großes leisten können. Aber es hält jetzt. Es hält nicht, was in der Zukunft ist. Natürlich können die weiterziehen. Natürlich kann der nächstes Jahr in Freiburg spielen oder sonst irgendwo. Das geht für ganz andere Spieler natürlich genauso. Aber es zählt immer jetzt, was man jetzt leisten kann. Jetzt zählt, jetzt zählt es einfach. Und das verstehe ich nicht, warum die Spieler nicht in der Lage sind, diesen Weitblick zu haben. Dass es nicht darum geht, was nächste Saison ist für Benjamin Pavard. Pavard ist nie Weltmeister mit dem VfB geworden. Der wurde Weltmeister für Frankreich. Das interessiert hier keine alte Sau mehr. Natürlich haben wir uns dafür gefreut, oder für ihn gefreut. Aber das interessiert mich einen Scheißdreck, wenn wir am 34. Spieltag absteigen. Mich interessiert es auch einen feuchten Furz, ob wir mit Benjamin Pavard von der zweiten Liga in die erste aufgestiegen ist. Das ist auch ein Lotterer mit Köln gelungen. Mir interessiert es sich heute auch keine Sau für diese Pfeife mehr. Jetzt zählt es. Jetzt zählt es. Jetzt kann er sich unsterblich machen, indem er sich in den Dreck wirft und wirklich, auch wenn das Plattitüden sind, aber jeden Tag, jeden Tag, nicht nur am Samstag und nicht nur am Freitag und nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag alles gibt für diesen Verein, der ihm die Möglichkeit gegeben hat, überhaupt erst in Russland bei der Weltmeisterschaft für Frankreich spielen zu können. Ohne den VfB wäre er da nie gelandet. Er muss jetzt liefern. Weil wenn er nächstes Jahr in München spielt und in den ersten zwei Spielen drei Fehler macht, sitzt er auf der Bank und in zwei Jahren kennt keine alte Sau mehr, Papa. Es zählt immer nur das Jetzt nicht, was in Zukunft ist. Ich habe Hunger auf Titel. Es interessiert mich nicht, ob jemand Hunger hat auf Titel. Es zählt doch nur jetzt, was interessiert. Ich habe auch Hunger auf Titel. Aber ich kann doch deswegen nicht aufhören, jetzt meine Leistung abzurufen im Beruf, weil ich würde auch kein Chef sein von irgendeiner Firma. Ja, aber da komme ich doch nicht hin, indem ich einfach nur den Wunsch danach habe. Ich muss jeden Tag trotzdem diese Top-Leistung bringen, die mich an diesen Punkt gebracht haben. Und das gilt für jeden Spieler. Und wie gesagt, Dennis Aogo rennt seine ganze Karriere eigentlich dem Traum hinterher mal ein großer Star werden zu können. Der geht von Verein zu Verein, hinterlässt immer nur Brachland und wundert sich danach, dass er mit seinen so großen Qualitäten nicht diesen entscheidenden Schritt machen kann. Das liegt am Ende am Spieler und nicht am Verein. Ja, man kann darüber sprechen, dass es manche Vereine gibt, die sich die falschen Spieler aussuchen und immer wieder auf dieselben Pfeifen reinfallen. Das kann schon sein. Aber im Endeffekt erwarte ich, wie gesagt, von jedem Spieler Einsatz, Identifikation und Respekt. Das sind für mich die drei Sachen, die will ich einfach in diesen letzten vier Spielen jede Woche sehen. Von morgens bis abends immer Verantwortung übernehmen. Das will ich sehen, wie Spieler auf dem Platz bereit sind, mit Erfahrung und aber auch unerfahrene Spieler Verantwortung zu übernehmen. Und dafür einzustehen, was sie da auf dem Platz aktuell machen und sich nicht in der Halbzeit schon äußern, ob sie, mir ist auch egal, ob das stimmt, ob die zum Pressesprecher gegangen sind. Ist mir egal. Der Fakt, dass nach dem Spiel keiner mit der Presse gesprochen hat, reicht mir schon komplett aus. Das reicht, dass nur Ron Robert Zieder... Wenn in deiner Halbzeit, in der Halbzeit, wo du 0 zu 3 in Augsburg hinliegst, deine größte Sorge ist, nach 90 Minuten mit der Presse sprechen zu müssen, dann läuft es echt was schief. und die Tatsache, also egal, was der Marco heute vom Dennis Aogo im Killesbergpark gehört hat, die Tatsache, dass Dennis Aogo im Killesbergpark Bandle gefahren ist, heißt, heute war trainingsfrei. Und ich würde sagen, nein, ich meine, der Willig ist jetzt seit zwei Tagen Trainer und der braucht ja jeden Tag eigentlich, um das Team einzustellen. Und das ist dann nicht nur von den Spielern ein Falschsignal, sondern auch vom Verein eigentlich. Also warum ist heute frei? Ja, klar, es ist Ostern und es ist Feiertag und mit der Familie, aber die haben ja echt relativ viel Freizeit, die Spieler. Und warum wird heute nichts gemacht? Du brauchst ja wirklich jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, um das Team einzustellen, wenn du jetzt zum ersten Mal Trainer im Profibereich oder im Lizenzspielerbereich bist. Und das kann ich echt dann auch ganz, ganz schwer nachvollziehen. Das ist auch die Weitsicht jedes einzelnen Spieler, die mir da fehlt. Und wenn ich im Januar in Sua wäre und hätte die Fußball bei Weltmeisterschaft geguckt, was ich da gemacht hätte? Ich hätte meinen Urlaub abgebrochen und hätte Sprinttraining begonnen, weil ich gesehen hätte, dass sich das komplette Spiel verändert hat innerhalb von der Sommerpause. Das ist jedem Vollhorst aufgefallen, der sich die WM angeguckt hat. Meiner Tante, die alle vier Jahre RTL-WM-Spiele anguckt, ist aufgefallen, dass jetzt schneller gespielt wird. Dann sollte das im Januar in Sua auch auffallen. Und dann sollte er schleunigst daran arbeiten, schneller zu werden, weil er einfach keiner Schnecke mehr hinterher rennen kann. Das sind alles so Kleinigkeiten, es sind immer alle anderen schuld. Ja, Fitnesszustand, ja Mensch, da haben wir nicht richtig und was weiß ich. Dann macht selber was. Du bist jetzt ruhig, Olaf. Dann macht selber was. Dann sorgt dafür, dass er die Defizite, die er selber erkennt und das kann einem ja nicht, also das ist ja, das kann ja keinem verborgen bleiben, dass es da Defizite gibt ohne Ende. Dann müsst ihr dafür sorgen, dass ihr diese Defizite aufholt. Anders funktioniert es dann halt nicht. Und wenn die Trainer da nicht mitziehen, ist es vielleicht auch eure Verantwortung als Spieler, sich damit an den Sportvorstand zu wenden und zu sagen, hey, so läuft das nicht. Natürlich kann man jetzt wieder sagen, der Reschke, der, was weiß ich, aber es gab definitiv auch aus der Mannschaft heraus nie das Signal, wir wollen. Wir wollen was machen, unabhängig vom Trainer. Es ist nicht immer nur der Trainer. Da erinnere ich immer wieder an den Pokalsieg 97 oder wann das war. Da kann man auch sagen, dass Löw eigentlich mehr oder weniger nur dabei war bei dem Pokalsieg und die Spieler mehr oder weniger aufgrund ihrer vielen Freiheiten über ihre Möglichkeiten gespielt haben. Also das wurde ja immer wieder kolportiert, dass Löw zwar schon taktisch sehr, sehr gut drauf war, aber jetzt weit davon entfernt war, diesen Laden im Griff gehabt zu haben. Also da merkt man ja, dass es schon aus der Mannschaft auch selber Eigeninitiative geben kann. Und das erwarte ich von jedem Spieler. Und ein Satz noch zu der ganzen Sache, das fängt übrigens beim Präsidenten an, der das auch vorleben muss, wie man sich für diesen Verein opfert, möchte ich fast schon sagen. Und der gewisse Werte vorleben muss. Und da kann es halt eben nicht sein, dass es seit acht Tagen eine Kicker-Reportage gibt, die gewisse Dinge hier anprangert und Wolfgang Dietrich unterstellt und es gibt keinerlei Reaktion auf diese Nummern. Ja, also das ist ein Unding aus meiner Sicht. Hier wurden Sachen infrage gestellt vom Kicker und wenn da stimmt, was im Kicker steht, dann ist Wolfgang Dietrich als Präsident nicht mehr tragbar und müsste sich mindestens, mindestens inzwischen mal mit irgendeinem Statement und nicht mit einem bezüglich irgendwelchen Trainerentlassungen an die Öffentlichkeit und an die Mitglieder vor allem wenden. Weil die fühlen sich alle verarscht, Herr Dietrich. Wir alle fühlen uns gerade verarscht hoch 10. Ja, bei uns erzählt der Kicker jetzt hier, dass sie uns mehr oder weniger ganz schön in August vorgemacht haben, bevor sie gewählt wurden. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich gehe mal davon aus, wenn sich keiner meldet vom VfB und sich aber über irgendwelche andere Scheiße auslässt, zum Beispiel über eine Trainerentlassung, dann gehe ich davon aus, dass an diesen Tatsachen vielleicht so viel dran ist, dass man bei der Antwort noch einiges drehen und wenden muss, um das nachher so darstellen zu können, dass es dann halbwegs vielleicht doch aus der Welt geräumt ist, aber man sich immer noch ein Hintertürchen offengelassen hat. Das könnte sein. Weil wenn ich so Dreck am Stecken hätte, bräuchte ich Ruhe, bräuchte ich keine 8 Tage. Das ist Wahnsinn hier. Vielleicht ist das der neue Sebastian, der mich einfach bremst im richtigen Moment. Ja, nee, das macht die Katze. Ich wusste, die kann nicht bremsen, das macht der Olaf. Ja, wirklich. Nein, aber es ist doch wahr. Es sind 8 Tage rum, Sebastian. Und es gibt keine Antwort vom Präsidenten. Und wenn ich sowas sehe als Spieler, wie soll ich denn mich mit diesem Verein identifizieren können, wenn überall nur so ein Chaos herrscht. Ganz ruhig, ganz ruhig. Nee, aber das ist ja Fakt. Also, wenn das, was der Benni Hoffmann im Kicker geschrieben hätte, totaler Schwachsinn wäre, ich glaube, da hätten wir von VfB-Seite innerhalb von kürzester Zeit eine Gegendarstellung und die ist nicht erfolgt. Und insofern, ja, muss man mal davon ausgehen, dass das, was im Kicker steht, jetzt nicht so falsch ist. Und nachdem jetzt der Fan-Ausschuss auch nochmal einen offenen Brief geschrieben hat mit vielen interessanten Fragen, ja, warten wir nach wie vor auf die Antworten. Jetzt kann man sagen, ja, jetzt darf man natürlich nicht diese ganze Quadrechtsgeschichte zu wichtig nehmen, weil es geht ja jetzt um den Klassenerhalt und so weiter. Ja, aber ich denke, man muss halt auch wirklich anfangen, mal die vielen, vielen Probleme des VfB Stuttgart anzugehen. und die liegen auf dem Platz und die liegen neben dem Platz und die sind bei den Spielern und die sind bei den Verantwortlichen und das eine schließt das andere nicht aus und, ja, jetzt muss da halt mal ein bisschen sortiert werden. Ich sag dir was, den Klassenerhalt nicht gefährdet, die Quadrechtsgeschichte. Denn dafür sorgt die Mannschaft. Absolut nicht, nein. Dafür sorgt die Mannschaft. Also ich glaube, jetzt frag doch mal irgendeinen von den elf Spielern oder von den 13 Spielern, die in Augen auf dem Platz standen, zu der Quadrechtsgeschichte. Die haben das Wort Quadrechts wahrscheinlich nie gehört. Den ist das egal. Also, und ich denke, man kann sehr wohl die Geschäfte des Präsidenten des VfB Stuttgart 1893 e.V. kritisieren und trotzdem eine Mannschaft zujubeln. Das geht, ne? Also, da gibt es ja genug Stimmen, die sagen, ja, jetzt hört doch auf, da zu kritisieren, weil es geht doch nur um den Klassenhalt. Nee, also die Spieler, die haben keine Ahnung davon. Das sind zwei ganz verschiedene Geschichten und man kann sehr wohl die ganze Struktur des VfB kritisieren und trotzdem eine Mannschaft zujubeln, was ja auch nach wie vor passiert, in den 3000 in Augsburg und das nächste Heimspiel wahrscheinlich wieder ausverkauft. Das funktioniert. Also, und jemand, der sagt irgendwie, ja, und dann lass uns doch nach der Saison darüber reden. Nö, also man muss über Missstände reden, wenn sie entdeckt werden. Und das ist genau jetzt der Fall und das zerschließt sich überhaupt gar nicht aus. Also, alles gut. Also, man kann sehr wohl Quatrex, Dietrich, Geschichten beleuchten, analysieren, kritisieren und trotzdem dem Team, das Team anfeuern, damit sie vielleicht doch noch irgendwie den einen oder die zwei Punkte holen, um die Relegation irgendwie zu sichern. Wichtig ist am Ende für jeden Einzelnen, ob Präsidenten, Sportvorstand, Sportdirektor, Trainer, Spieler, Zeugwart, Ordner, was man hier hinterlässt. Das ist im Endeffekt die Frage, die sich jeder stellen muss aktuell mal. Das gilt für den Präsidenten, ja, es mag sein, dass da manche Dinge, die der Kicker da unterstellt, vielleicht nicht stimmen, andere Dinge kann jeder nachlesen in Handelsregistern und das wirft einfach Fragen auf und die gilt es so schnell wie möglich aus der Welt zu räumen und vor allem die Mitglieder in Kenntnis zu setzen. Ja, ich will ja gar keine Pressekonferenz und große PR-Aktion. Hier geht es um Mitglieder, die eine ganz, ganz entscheidende Entscheidung getroffen haben am 1.6.2017 richtungsweisend für den kompletten Verein für die Zukunft unseres VfB Stuttgart. Und unter Umständen wurden die getäuscht und eben verarscht. Und es gilt jetzt einfach hier für Klarheit zu sorgen und offen zu legen, was damals vielleicht nicht so lief, wie es nach außen hin verkauft wurde. Und wenn alles in Ordnung war, dann finde ich, dann kann man das auch nochmal kommunizieren. Aber es ist jetzt momentan einfach eine Situation eingetreten, wo ich einfach, wie gesagt, in Handelsregisterauszügen nachgucken kann und sagen kann, ja, hier steht der Name Wolfgang Dietrich als alleiniger Teilhaber diverse Unternehmen sind Unternehmen, oder? Oh, ja. Ja, also ist ja auch egal, wie jetzt da die rechtliche Ansprache ist. Ja, das ist ja das Ding, also wie gesagt, wenn man sich halt schon über irgendwelche Spitzfindigkeiten wie Gesellschaftschafter und Beteiligungen und Austrittszeitpunkten und Eintrittszeitpunkten, irgendwie, wenn man sich damit beschäftigen muss, um zu prüfen, ob der Präsident deines Vereins irgendwie der Richtige ist, dann hat man schon ein Problem eigentlich, weil das muss nicht sein. Absolut nicht, das ist völlig unnötig, dass man das vor allem dann noch in die Länge zieht und ich glaube, nein, ich glaube nicht, sondern ich würde mich nicht wundern, wenn die aktuelle sportliche Situation mit dem Supergau in Augsburg dem ein oder anderen gar nicht so ungelegen kommt, denn eigentlich, glaube ich, wenn wir jetzt in Augsburg gewonnen hätten oder einen Unentschieden geholt hätten, wäre das Thema Quadrex und Wolfgang Dietrich viel prominenter auch in den lokalen Medien als jetzt aktuell, weil jetzt sprechen alle über Willig, über Weinzier, über die letzten vier Spiele und das Thema Quadrex und Wolfgang Dietrich rückt mir zu weit in den Hintergrund und wenn das sich zuspitzt und davon ist ja auszugehen, dass die Situation für den VfB sich jetzt in den nächsten Wochen zuspitzen wird, dann wird dieses Thema immer weiter nach hinten fallen und irgendwann wird so eine gewisse Verdrossenheit einen Kern bei vielen Fans und vielleicht auch Mitgliedern und dann ist das nicht komplett vergessen, aber es fühlt sich nicht mehr so schlimm an, wie es eigentlich ist, weil dieses Thema zu lang beschäftigt. Aber andererseits, jetzt stell dir mal vor, wir hätten in Augsburg irgendwie 1 zu 2 verloren, ja, knappe Geschichte und wir waren irgendwie 16 Minuten am Drücker und dann unglückliche Schießsicherentscheidung blablabla und dann wäre Markus Weinzierl noch da und dann würde es halt genauso weitergehen. Insofern habe ich echt überlegt und habe gedacht, hey, lieber dann dann 0 zu 6 verlieren als 1 zu 2. Ja, für den Trainer ja. Für den Trainer das ist sowas gut. Aber jetzt wird halt alles hinterfragt, die Medien fangen an zu fragen, hey, aber ja, was passiert denn da eigentlich in Stuttgart? Ist das gut, dass jetzt auf einmal mit Thomas Hitzelsberger und Nico Willig auf einmal zwei Berufsnovizen über das Schicksal des VfB Stuttgart entscheiden? Ich meine, die zwei sind ja top. Also wir wissen, Thomas Hitzberger ist ein Topmann und Nico Willig ist ein Topmann. Aber trotzdem sind es halt jetzt zwei Menschen, die das, was sie jetzt machen, zum ersten Mal in ihrem Leben machen. Und die beiden entscheiden jetzt über das Schicksal des VfB Stuttgart. Ob wir jetzt nochmal absteigen oder nicht. Die zwei, und das sind Berufsanfänger. Und darüber redet man jetzt. Und hätten wir jetzt 1 zu 2 verloren und 0 zu 1 oder es fährte 1 zu 1 irgendwie, wäre das Endresultat gewesen. Dann wäre Markus Weinzel noch da und alles wäre irgendwie so blablabla. Also insofern habe ich mir gedacht, hey, unser Torverhältnis war vorher schon komplett im Arsch und jetzt ist es halt noch mehr im Arsch. Aber egal, aber jetzt ist das Ding halt irgendwie wirklich hochgekocht und jetzt passiert halt was und ich bin nicht ganz undankbar drüber. Aber hast du das Gefühl, dass das Thema Quadrex und Wolfgang Dietrich, was vom Kicker letzte Woche Sonntag aufgeworfen wurde, genügend in der Medienwelt Berücksichtigung findet? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, es gab natürlich einen Artikel, ich glaube in den Stuttgarter Nachrichten oder Stuttgarter Zeitung gab es einen Artikel und ansonsten bei euch natürlich Vertikalpass wurde das aufgenommen, auf Twitter wurde das auch diskutiert, aber so von anderen Medien war das eigentlich kein großes Thema und wird auch jetzt aktuell nur so am Rand ab und zu erwähnt. Da wird dann sowas gesagt wie, ja, da gibt es auch so ein paar Ungereimtheiten und so, aber es wird nicht konkret, es wird einfach nicht konkret vor allen Dingen öffentlich, werden nicht konkret die entscheidenden Fragen gestellt? Nee, öffentlich nicht, aber also ich denke nach wie vor diese Frage, diesen Brief, den der Fanausschuss am Freitag oder am Donnerstag geschrieben hat, das ist ein Vereinsorgan, der muss beantwortet werden und also wie ich gerüchteweise gehört habe, soll das wohl morgen der Fall sein, dass es Antworten gibt von Wolfgang Dietrich, aber es gibt mittlerweile genug Druck, dass der VfB oder das Wolfgang Dietrich reagieren muss und ich glaube heute kam dann nochmal in der Stuttgart-Zeitung von Peter Stolterfurt hinter der Paywall nochmal irgendwie ein Kommentar, der auch sehr auf Konfrontationskurs ging. Ja, ich hätte mir auch mehr gewünscht, dass noch andere Medien das aufnehmen, aber ich glaube trotzdem auch diese Welle, die es jetzt gab, die hat gereicht, um allen mal die Augen zu öffnen und der VfB kann die Fragen, die gestellt wurden, also jetzt explizit vom Fanausschuss, nicht unbeantwortet lassen, also diese Fragen müssen beantwortet werden und niemand wird sich damit zufrieden geben, wenn das ausgesessen wird, also da kommt noch was. Ja, ich bin gespannt, weil ich kann jetzt nur aus meiner Bubble berichten, also die private, nicht die Twitter-Bubble, da ist das halt kein Thema, was jetzt wirklich großartig Gehör gefunden hat, also wenn ich davon so Null, weil das Thema halt viel zu komplex ist, aber das ist nicht, nein, nein, das lässt sich nicht gelten. Da gibt es AGs und GmbHs und Luxemburg und hier und da und da gibt es Beteiligung und dann ist er ausgestiegen und es ist nicht mehr Geschäftsführer, aber noch Gesellschafter oder doch nicht mehr. Das ist halt total kompliziert, aber es lohnt sich halt, sich damit auseinanderzusetzen, weil das muss man halt wissen, also möchte man, dass der Präsident des VfB Stuttgarts halt in solche Geschäfte involviert ist? Also ich persönlich möchte das einfach nicht, ich möchte halt einen 100% integren Präsidenten haben und ich möchte nicht, dass der an irgendwelchen anderen Mannschaften profitiert, wenn sie sportlichen Erfolg haben. Da kann man anderer Meinung sein, das akzeptiere ich, aber es muss halt transparent sein und man muss das halt einfach wissen und so wie es aussieht, war das halt damals zu seiner Wahl nicht der Fall und ja, und da darf man jetzt gespannt sein, was da noch kommt. Ich stimme dir uneingeschränkt zu, aber ich finde, es ist nicht zu komplex, weil einfach runtergebrochen kann man sagen, Wolfgang Dietrich ist, wenn der Kickerartikel stimmt, daran beteiligt, wenn Union Berlin oder Heidenheim erfolgreich sind und wenn ich dann, sag mal, einem Fan, der sich jetzt einfach nur mit dem Sportlichen beim VfB auseinandersetzt, erkläre, pass mal auf, also es sieht danach aus, dass sollte der VfB in der Relegation gegen Union spielen und Union den VfB schlagen und in die erste Liga aufsteigen, dann sieht es danach aus, dass unser Präsident finanziell davon profitiert. So, das ist die Unterstellung des Kickers, mal ganz simpel runtergebrochen. Genau. Und das finde ich, ist nicht zu kompliziert, um das, sag mal, in einer gewissen Breite zuzuführen, dieses Thema. Ich verstehe, dass man natürlich rein juristisch als Medium enorm aufpassen muss, wie man das formuliert, um sich nicht direkt angreifbar zu machen. Das verstehe ich schon. Aber im privaten Kreis, finde ich, kann man das so ausdrücken. Wie gesagt, Voraussetzung immer, ist das das, was vom Kicker behauptet wurde, zutrifft. Bislang reden wir einfach von gewissen Beschuldigungen, die ich jetzt als Laie gar nicht direkt verstehen muss, glaube ich. Das, was ich lese, fühlt sich einfach falsch an. Das ist ja auch das Nächste, was ich überhaupt nicht will, dass mein Präsident in so ein Umfeld kommt. Dass ich darüber nachdenken muss, ob er sich hier an Dinge bereichert, die eigentlich dem VfB Schaden zufügen. Also ein Abstieg führt dem VfB Schaden zu. Wenn ich davon ausgehe, okay, wenn es gegen Union passiert und Relegation, ist mein Präsident immer noch derjenige, der am Ende sich mehr oder weniger darüber freuen kann, weil er halt finanziell davon profitiert, weil die andere Mannschaft, die er einfach mit einem Kredit unterstützt, dann eben mehr Rendite abwirft für ihn. Das ist das, was ich als Fan, als Mitglied mitnehme. Und allein, dass es diesen Gedankengang bei mir im Kopf gibt, macht den Präsidenten für mich schon untragbar. Das ist wie... Genau, das ist ja das Ding. Und ich denke halt, also wenn das jetzt bei mir persönlich der Fall wäre, also ich wäre jetzt irgendwie in Heidenheim oder bei Union Berlin irgendwie investiert und ich würde davon profitieren, wenn die aufsteigen und dann gibt es eine Relegation gegen den VfB. da würde ich sagen, hey, ich will alles, aber nur nicht, dass der VfB absteigt. Natürlich, aber ich entscheide das nicht, wenn ich Präsident des VfB Stuttgart bin, sondern es entscheiden halt 60.000 oder 65.000 Mitglieder und ich kann mir nicht anmaßen, diese Gewissensentscheidung alleine zu treffen, sondern das müssen halt die Fans machen und dafür muss diese ganze Schose halt transparent sein. Also wie gesagt, ich traue Leuten zu, dass sie sagen, hey, ich verzichte lieber auf Kohle, bevor mein Herzensverein absteigt, aber trotzdem, das darf man halt nicht irgendwie unter einem Deckmäntelchen machen, sondern das muss halt transparent sein einfach. Was ich mir erhoffe von Wolfgang Dietrich, wenn es wirklich ein Statement jetzt nächste Woche gibt, ist, dass er vielleicht jetzt nicht direkt auf die Frage antwortet, die ich jetzt stelle, aber indirekt schon mir klar macht, warum er Präsident des VfB Stuttgart sein möchte. Das werde ich danach für mich erklärt haben. Ich möchte wissen, warum macht er das? Was will er diesem Verein Gutes tun beziehungsweise was möchte er als Präsident beim VfB erreichen? Für was soll seine Amtszeit stehen? Das möchte ich vermittelt bekommen mit einem Statement, das vielleicht nächste oder praktisch diese Woche auf uns wartet. Und ich mache da ein großes Fragezeichen dahinter, ob er das überhaupt kann, weil ich habe einfach nicht das Gefühl, dass er sich in den Dienst der Sache stellt. Es mag auch ein bisschen blauäugig sein in der heutigen Zeit, dass man davon ausgeht, dass jemand das einfach nur macht, weil ihm der Verein am Herzen liegt. Das ist vielleicht mit einem Grund, aber wahrscheinlich bei den wenigsten Präsidenten der einzige Grund, was auch ein bisschen schade ist und ein zu großes Fass jetzt wahrscheinlich aufmachen würde. Aber es ist nicht nur die Frage, ob das, was der Kicker in den Raum stellt, ob das stimmt. Selbst wenn er das irgendwie juristisch hinbiegen kann oder entkräftigen kann, diese Anschuldigungen, ist da viel mehr, was eigentlich zwischen Wolfgang Dietrich und dem Amt des Präsidenten des VfB Stuttgart steht. Also ich bin gespannt, was da kommt und ich warte natürlich auch gerne ab und äußere mich dann nächste Woche nochmal dazu. Aber aktuell gibt es bis auf den Posten des Sportvorstands keine Position, die für mich beim VfB unumstritten ist. Und Torwart. Das kann ich auch noch sagen. Ron-Robert Zieler, nach Kritik, die ich hier geäußert habe, ziehe ich meinen Hut vor Ron-Robert Zieler. Ich beknie ihn fast schon und entschuldige mich für die Anschuldigung, dass er nicht die Top-Leistung bringt, die er vielleicht bringen könnte, wenn er eine richtige Konkurrenz hätte. Ron-Robert Zieler, nur um das noch kurz zum Augsburg-Spiel nachzutragen, hat sechs Gegentore bekommen. So, wir haben kurz eine Pause hier einlegen müssen. Nicht etwa, weil die Emotionen zu hoch gekocht wären. Emotionen finden bei STR ein Zuhause. Das kann ich an dieser Stelle schon mal vermelden. Nein, es war einfach da angebracht an dieser Stelle, denn Familienmitglieder sowohl in Sebastians Heimat als auch hier bei mir sind nach Hause gekommen und brauchten kurz unsere Aufmerksamkeit. Ich wollte noch was. Genau, und ich musste halt einfach auch pinkeln. Das kann man auch mal sagen im Podcast. Dann muss man auch die Transparenz walten lassen. Ich musste aufs Klo. Stimmt. Nicht, dass es uns später nochmal irgendwann in irgendwelchen Artikeln um die Ohren fliegt. Ja, genau. Nein, ich musste aufs Klo und da stehe ich auch zu und das ist alles okay. Also wir halten fest, Sebastian muss manchmal aufs Klo. Also wirklich ganz dringend. Gut. Ich wollte noch kurz Ron-Robert Zieler loben. Obwohl, und da hat der Sebastian mich gerade auch in der Pause noch darauf hingewiesen, dass 6 zu 0 vermutlich haltbar war. Ja, aber man muss ganz ehrlich sagen, bei sechs Gegentoren in einem Spiel verzeihe ich dem Torwart vielleicht einen Fehler. Also das geht dann schon durch Arme. Genau. Wo gibt's the fuck? Also ob wir jetzt irgendwie 0 zu 5 oder 0 zu 6 verlieren, ist dann auch gerade egal. Ja, es hätte noch viel schlimmer kommen können, denn die Statistik, die ich anbringen wollte, lautet folgendermaßen. Der VfB hat sechs Gegentore bekommen und Ron-Robert Zieler hat noch acht Paraden hingelegt. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass jede dieser Paraden dazu geführt hat, dass Augsburg kein Tor geschossen hat, aber zumindestens hätte es deutlich schlimmer ausgehen können, hätten wir Ron-Robert Zieler nicht im Kasten gehabt. Also es hätte mich nicht gewundert, wenn wir da mit einem 7 oder sogar 8-0 nach Hause gegangen wären und wir hätten uns noch nicht mehr beklagen dürfen über ein 7 oder 8-0. Und das ist ja fast schon absurd. Also ja, sei es drum. Dieses eine Gegentor nehmen wir hin. Gut, jetzt hat die Pause auch geholfen, um sich so ein bisschen zu beruhigen. Wie gesagt, dieses Thema Dietrich wird uns mit Sicherheit noch eine Weile beschäftigen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, am 14.07. findet die Mitgliederversammlung statt hier beim VfB. Liegt natürlich wieder etwas ungünstig vom Zeitpunkt her. Ich persönlich jetzt finde Mitgliederversammlungen eigentlich, sagen wir so, in der Herbst- Vorweihnachtszeit fast schon geschickter, ist jetzt meine persönliche Vorliebe. Aber sei es drum, am 14.07. ist eine Mitgliederversammlung und ich bitte wirklich jedem, der es irgendwie einrichten kann, kommt zu dieser Mitgliederversammlung. Man entlastet unter anderem auch diverse Personen und entlasten bedeutet, dass man dazu beiträgt, Sebastian, bitte berichtige mich, wenn ich das jetzt falsch sage, dass sie praktisch später rechtlich nicht für das, was sie hier beim VfB gemacht haben, zur Rechenschaft gezogen werden können. Das ist praktisch die Entlastung, oder? Ja, ich glaube schon, aber vor allen Dingen ist es halt so ein symbolisches Zeichen. Das sowieso. Wer nicht entlastet wird, der hat seinen Job nicht gut gemacht. Wer entlastet wird, hat seinen Job gut gemacht und vor allen Dingen hat es einen symbolischen Wert. Aber ja, alle bitte hingehen. Genau, und setzt dieses Zeichen. Ich möchte euch jetzt nicht sagen, wie ihr das setzen sollt. Ihr könnt das sowohl positiv für die Vereinsführung setzen, indem ihr sagt, ja, wir entlasten euch. Das ist natürlich völlig in Ordnung, wenn ihr der Meinung seid, die machen ihren Job gut, dann absolut entlastet die Jungs. Aber überlegt euch, ob wirklich, ob wirklich immer im Sinne des Vereins gehandelt wird und ob man dieses Zeichen, ja, wir entlasten die Leute, ob das wirklich angebracht ist. Man muss natürlich da auch unterscheiden, zum Beispiel bei der Position des Sportvorstands, da gibt es Michael Reschke, da gibt es Thomas Hitzesberger, ich weiß gar nicht, wie das dann abläuft bei einer Mitgliederversammlung, ob man dann jeweils den einen und den anderen entlastet, oder? Gute Frage, das weiß ich auch gar nicht. Wahrscheinlich schon. Da müssen wir uns mal mit dem Vereinsbeirat, glaube ich, auseinandersetzen, die wissen das bestimmt. Ja, also es gilt vielleicht in diesem Sommer sich etwas, ein bisschen mehr mit dem VfB und mit Vereinspolitik auseinanderzusetzen. Es ist einfach eine ganz, ganz wichtige Zeit, denn wir haben uns dafür entschieden, Teile des Vereins zu verkaufen, man muss es sagen, wie es ist, und dieses Geld gibt es nur einmal. Und wir sind aktuell auf dem besten Wege, die komplette Kohle einfach wirklich in Luft aufzulösen. Und dann sind wir in einer Situation, da gab es schon den einen oder anderen Traditionsverein, der sich da ganz, ganz schnell wieder in ganz ungewohnten Tiefen wiedergefunden hat. Also es ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Zeit und natürlich denkt jeder, er kann als einzelne Person nichts erreichen oder seine Stimme hat kein Gewicht oder so, aber seid nicht so naiv, das zu glauben. Jede einzelne Stimme zählt und wichtig ist, dass die Leute da antreten, auch ohne Trikot oder Schal oder sonst irgendwas. Also wenn ihr wirklich, wenn euch der Verein am Herzen liegt, dann ist es, denke ich mal, nicht so viel verlangt, sich so ein bisschen auch mit diesen Themen Entlastung und so weiter auseinanderzusetzen und dann vor allem am 14.7. bei der Mitgliederversammlung aufzulaufen und dann eben abzustimmen in den richtigen Momenten für das Richtige. So. Puh. Also die Themen hier beim VfB, die sind schon krass für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Die nehmen mich momentan extrem mit, weil ich es so schade finde. Ich sehe diesen Verein, um das vielleicht nochmal zu sagen, ich sehe diesen Verein wirklich, das ist nicht nur so irgendwie so ein Hobby oder so, das ist viel, viel mehr. Das beschäftigt mich von morgens bis abends. Heute Morgen bin ich um halb fünf aufgewacht und denke über diesen scheiß Verein nach. Also das ist einfach mehr. Und dann habe ich auch nicht mehr geschlafen, sondern ich habe mich mit diesem Verein auseinandergesetzt und mache mir Gedanken darüber. Mache mir Gedanken, wie lässt unser neuer Trainer spielen? Welches Spiel? Ich bin, ich gehe ins Internet und setze mich vor irgendwelchen Formationsschiebern und gucke, wie vielleicht Nico Willig in Zukunft hier den VfB aufstellen könnte. Solche Sachen mache ich. Dieser Verein ist doch für uns alle, auch die Leute, die diesen Podcast hören, mehr als einfach nur, was weiß ich, Samstag 15.30 Uhr. Es ist doch mehr für uns alle. Und ich finde wirklich, dass wir da jetzt an einem Punkt sind, wo wir enorm aufpassen müssen, was mit diesem Verein oder mit dieser AG in Zukunft passieren wird. Also ja, so. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema und wichtigen Thema der letzten 24 Stunden, nämlich der Entlassung von Markus Weinzier. Sebastian, ich habe geschrieben, es fühlt sich nicht wie eine Erlösung an, sondern wie eine Diagnose eines wiederkehrenden Tumors. Die Stimmung ist traurig. So habe ich es hier notiert. Wie war es für dich, als du davon gehört hast, dass Markus Weinzier geht? Ja, was sind deine Gedanken allgemein zu seinem Abgang und was sind vor allem dann deine Hoffnungen, die du jetzt in Nico Willig steckst? Ja, es war schon so ein Stück weit überfällig. Also, wie schon gehört, hatten wir die, oder hatten viele den Eindruck, dass er die Mannschaft nicht mehr komplett erreicht. Er hatte halt eine sensationell schlechte Rückrunde gespielt. Ja, und man hat sich gefragt, ob man nicht wirklich auch zu lange an ihm festgehalten hat, weil das echt keinen guten Eindruck gemacht hat. Ob es jetzt mit dem nächsten Trainer automatisch besser wird, ich weiß es nicht, aber ich war mir relativ sicher, dass wir mit Markus Weinzierl in der restlichen Saison keinen Punkt mehr holen. Das ist ein gutes Thema. Also, bevor ich jetzt dazu noch was sage, nehme ich den Moment und möchte kurz die Frage der Woche hier mit einbringen. Denn genau das, was du gerade gesagt hast, hat Thomas Hitzesberger zu lange gewartet, war eben die Frage dieser Woche. Ihr könnt abstimmen auf at vfbstr, da gibt es dann meistens Sonntagabend die Frage der Woche und damit möchten wir immer so ein bisschen die Stimmung draußen im Netz auffangen. Und diesmal war die Frage der Woche halt, wie gesagt, hat Thomas Hitzesberger Markus Weinzierl zu spät entlassen. 71% sind der Meinung, ja, er hat zu spät gehandelt. 29% sind der Meinung, nein, vorher hätte es auch wenig Sinn gemacht. Und ich bin eher bei diesen 29%, die der Meinung sind, also vorher hätte es wenig Sinn gemacht, beziehungsweise man musste ihm vielleicht auch dieses Augsburg-Spiel noch geben. Denn für mich war das Spiel gegen Leverkusen natürlich kein gutes Spiel, aber ich habe mir da nicht allzu viel ausgerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mir war schon klar, dass Weinzierl versuchen wird, einfach durch, oder mit einer defensiv guten Leistung irgendwie einen Punkt oder vielleicht unter Umständen sogar mehr dann in Stuttgart zu behalten. Das ist uns nicht gelungen. Das Spiel gegen Nürnberg war so eine Situation, wo man sagen konnte, okay, das war jetzt nicht allzu berauschend, was Weinzierl da hat spielen lassen. Da gebe ich jedem recht, der sagt, da hätte ich mir mehr erhofft. Aber insgesamt war ich immer der Meinung, wenn du jetzt den Trainer wechselst, dann kann es ja eigentlich nur eine Übergangslösung sein. So, also es kann einfach nur jemand sein, der jetzt noch für die nächsten vier, fünf Spiele den Job übernimmt, weil ich immer davon ausgegangen bin, der VfB möchte einen Schlussstrich ziehen und am 1.7. neu anfangen mit einem neuen Trainer, wer auch immer das dann sein wird. Ich war nicht so begeistert, als ich gehört habe, dass Nico Willig diesen Job übernimmt, nicht, weil ich kein großer Nico Willig-Freund bin, ganz im Gegenteil, ich finde den Trainer hervorragend, ich finde es toll, was er da bei der U19 mittlerweile so abliefert. Wie gesagt, es sieht danach aus, dass der VfB Deutscher Meister wird und man steht im Pokalfinale der A-Junioren, also das sieht alles hervorragend aus. Überall ist man voll des Lobes, was Nico Willig angeht. Also, seine Qualität als Trainer habe ich absolut nicht in Frage gestellt, aber ich hätte mich, glaube ich, mehr gefreut, wenn Willig noch ein paar oder vielleicht ein Jahr Zeit gehabt hätte, vielleicht auch zwei, einfach im Jugendbereich des VfB Erfahrungen zu sammeln, dann vielleicht irgendwann auch bei der U21 und dann macht er diesen Schritt zu den Herren oder zu den Profis. Das hätte mir, glaube ich, besser gefallen, weil so ein bisschen sehe ich einfach die Gefahr, wenn der VfB absteigen sollte, wird sein Name automatisch mit diesem Abstieg in Verbindung gebracht. Ja, ein Stück weit, aber ich finde es halt gut, dass Thomas Zitzberger dann jetzt wirklich ganz deutlich gemacht hat, dass Nico Willig nur für den Rest der Saison Trainer ist. Also, das finde ich ein Stück weit gut, denn ich hasse echt nichts mehr als diese, okay, wir schmeißen den Trainer raus, wir ziehen einen aus den U-Mannschaften hoch, der ist halt nur kurz da, aber wenn er dann mal zwei Spiele gewinnt, dann kriegt er halt gleich einen Zwei-Jahres-Vertrag. Insofern finde ich dieses klare Statement gut und ja, jetzt bin ich mal gespannt, also was passiert jetzt, wenn Nico Willig die letzten vier Saisonspiele alle gewinnt? Kriegt er dann trotzdem keinen Cheftrainer-Vertrag? Also, ich glaube weder, dass wir die letzten vier Spiele gewinnen, noch, dass er einen Cheftrainer-Vertrag bekommt, aber trotzdem, ich finde dieses klare Bekenntnis gut, dass man sagt, hey, er ist jetzt vier Spiele Trainer und danach ist er wieder raus, weil das ermöglicht ihm auch eine relativ gute Wiedereingliederung in die U21, also in den Jugendbereich. Also ich denke, das kann funktionieren, dass man ihn jetzt nicht im Abstiegskampf verbrennt. Aber klar, das Risiko, was du beschreibst, ist da. Also, er übernimmt das jetzt, der VfB verliert noch viermal am Stück, grandios, und dann ist er halt auch verbrannt. Die Gefahr ist da, klar. Ich weiß nicht, ob er verbrannt ist, aber ich hätte ihm halt einfach einen anderen Start als Cheftrainer einer Profimannschaft gewünscht. Ja, absolut. Ich meine, die Situation, die wir jetzt haben, alle sind raus. Also, Reschke ist raus, Korkut ist raus, Weinzierl ist raus, alle sind weg. Und wir starten jetzt neu mit Hitzelsberger, Mislintat und Willig. Das ist halt die perfekte Konstellation für den ersten Spieltag einer neuen Saison, in welcher Liga auch immer, erste, zweite. Aber es ist keine gute Startkonfiguration für den 30. Spieltag. Das ist ja keine Frage. Aber so ein bisschen Resthoffnung schwingt ja mit, dass es irgendwie funktionieren kann. Absolut. Ich möchte noch einen kurzen Schritt zurückgehen. Und zwar, ein Problem, was ich bei mir jetzt feststellen konnte, ist, Hitzelsberger hat ja nach dem Nürnberg-Spiel gesagt, er wird mit Weinzierl diese Saison zu Ende bestreiten. Beziehungsweise er hat gesagt, wir ziehen das jetzt gemeinsam durch. Natürlich muss er reagieren nach so einem Spiel gegen Augsburg. Das möchte ich ihm gar nicht vorwerfen. Was ich ihm vorwerfe, ist die Art und Weise, wie er sich nach dem Nürnberg-Spiel ausgedrückt hat. Ich bin mir sicher, dass er daraus lernen wird und in Zukunft sich da auch anders äußern wird. Das muss man einfach auch einem jungen Sportvorstand zugestehen. Das ist schon klar. Aber auf was ich hinaus wollte, ist, dass ich jetzt schon wieder so ein leichtes Fragezeichen oder ein kleines Fragezeichen hinter der Aussage mache, dass Willig nur bis zum 34. oder maximal dann Relegation hier Trainer sein wird der ersten Mannschaft. Das ist schon automatisch passiert in dem Moment, als die erste konkrete Aussage von Thomas Hitzelsberger nur zwei Wochen später sich als unwahr herausgestellt hat. Übrigens hat dazu nicht Thomas Hitzelsberger beigetragen, sondern sein Vorgänger, Michael Reschke. Weil wir unter ihm darauf getrimmt wurden, dass Aussagen vom Sportvorstand nichts wert sind. Es gibt keine Ausrutscher, sondern eigentlich jede Ausfrage gilt es zu hinterfragen. Ja, absolut. Ja, und das trägt jetzt Thomas Hitzelsberger mit sich rum, weil er einfach vielleicht ausnahmsweise oder aus Versehen eine Aussage getroffen hat, die ihm mehr oder weniger jetzt, ihm wird die Aussage ja noch nicht mal in die Ohren geworfen, aber ja, es ist halt einfach unglücklich gewesen, dass er vor zwei Wochen sagt, wir ziehen das gemeinsam durch und zwei Wochen später muss er den Trainer entlassen. Das ist einfach ein Problem. Nur, ich möchte dem Ganzen noch vielleicht ein bisschen mehr Futter geben, warum ich ins Grübeln gerate. Hitzelsberger hat gesagt, ich glaube, dass Nico Willig den Spielern genau das geben kann, was sie jetzt brauchen. Bei all den anderen Kandidaten, die dann vielleicht im Raum stehen, die kenne ich nicht so gut. Ich verlasse mich auf das, was ich sehe, was ich weiß, was ich kenne. Ich bin überzeugt, dass Nico das mit seinem Trainerteam hinbekommt. Es ist mir viel wohler, jemanden zu haben, bei dem ich weiß, was er liefern kann. Und diese Aussage, die, also für mich persönlich klingt es doch danach, ja, warum machst du ihn denn nicht so einen Cheftrainer? Ja, absolut. Da fragt man sich schon, ne? Okay, dann ist er doch dein Typ, ne? Also, das ist ja dein Trainer. Genau. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann wieder sage, ja, habt ihr jetzt jemanden irgendwie in der Hinterhand? Gibt es da Verhandlungen, warum man noch nicht 100 Prozent, was er, also es gibt ja diesen Namen Klassner, der immer wieder durch die Gazetten streift, muss man fast schon sagen. Dann gibt es den Villa Lobosch, oder wie heißt der? Nee, nicht Villa Lobosch. Wie heißt der nochmal? Villa Sporsch. Villa Boa, Villa Sporsch, oder wie er heißt genau? Villa Sporsch. Ja, es gibt dann wahrscheinlich auch noch andere Trainernamen, Gisdol hört man immer wieder. Also, gibt es da Verhandlungen und man muss so ein bisschen abwarten und möchte diese Trainer nicht direkt verprellen, indem man sagt, man weiß noch nicht, wie das weitergeht mit Willig? Was ich meine, also das ist, diese Aussage von Hitzesberger klingt für mich danach, dass er eigentlich überzeugt ist von Nico Willig. Ja, und ich sag mal so, wenn er jetzt wirklich das Kunststück schafft und mit dem VfB nicht absteigt, also ich muss wirklich als Kunststück, aktuell muss ich es als Kunststück bezeichnen. Absolut, ja, ja, das wäre grandios, ja. Selbst die Relegation, also das fand ich gestern sehr treffend bei Sport im Dritten. Man hat irgendwie das Gefühl, dass hier alle beim VfB denken, ja, ja, da werden man halt sich ziehen, Relegation, leck mir im Arsch, da fahren wir da hin. Und, ja gut, der Pavard, der kann eigentlich schon nach München, der Ziele, den haben wir auch schon Urlaub gegeben, da nehmen wir noch zwei von der U19 mit und dann rocken wir das Haus. So kommt einem das vor, dass das beim VfB so verstanden wird, Relegation. Ja, aber es ist ja so, der VfB wird die nächsten drei Spiele verlieren und Nürnberg wird die nächsten drei Spiele verlieren und dann fahren wir nach Gelsenkirchen und Nürnberg fährt nach Freiburg, ne, und dann gucken wir mal. und für Nürnberg gibt es nichts mehr und für Schalke gibt es nichts mehr und aber das ist halt echt knapp einfach, ne, also der Relegationsplatz ist nicht safe einfach, also man sollte irgendwie, also wie man auch immer das irgendwie schaffen möchte, aber noch einen fucking Punkt holen, ne, also so ein Pünktchen oder geschweige denn drei, die wären halt nicht so ganz unwichtig halt, ne. Punkt ist das Mindeste, was du brauchst. Ich bin mir sicher, dass Augsburg, äh, dass Nürnberg ähm, mindestens ein Sieg noch holt. Also ich gehe fest davon aus, dass die in Freiburg gewinnen. Ja, genau, also ich denke, aber ich glaube, der 34. Spieltag ist ihre einzige Chance noch, noch zu punkten, ne, also ich möchte jetzt nicht den Tabellenrechner rausholen, aber die haben jetzt noch die Bayern und 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 und. Also das ist schon schwierig für Nürnberg noch zu punkten, aber dann in Freiburg, für die es um nichts mehr geht, da ist halt schon ein Dreier drin, ne. Also gegen Bayern schließe ich aus. Was stehst du aus? Gegen Bayern schließe ich aus, dass sie da was holen. Aber ich sag mal so, gegen, oder zu Hause gegen Gladbach halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass man da einen Punkt holen kann. So, dann, dann. Jetzt bei, 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 bei uns oder für die, für die Nürnberger? Bei uns übrigens auch nicht. Nee, für uns auch nicht. Also das möchte ich noch dazusagen. Und auch in Wolfsburg würde es jetzt nicht komplett ausschließen, dass man da auch einen Punkt irgendwie holen kann. Natürlich wären das extreme Überraschungen. Ich gehe davon aus, dass Wolfsburg gegen Nürnberg gewinnt. Ich gehe davon aus, dass Gladbach in Nürnberg gewinnt. Aber es wäre jetzt für mich nicht das, also, das, 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 das Unvorstellbarste, wenn Nürnberg irgendwie aus zwei Punkten mit diesen, äh, aus diesen beiden Spielen rausgeht. Und dann eben schon, schon diesen, diesen einen Punkt nur noch hinter Stuttgart ist. Im Falle, wir verlieren unsere nächsten drei Spiele. Und dann ist halt wirklich die Relegation mehr als in Gefahr. Sondern dann gehe ich davon aus, dass Nürnberg nach Freiburg fährt. Ich glaube, die spielen in Freiburg am letzten Spieltag. Ja. Und sie wissen einfach, ey, wir können nichts verlieren. Wir können absolut überhaupt nichts verlieren. Ja, ein Sieg und wir sind auf dem Relegationsplatz. Nicht mal. Es reicht ein Punkt. Dann reicht ein Punkt. Ja. Wenn sie zwei Punkte holen, wenn sie zwei Unentschieden holen, gegen Gladbach und gegen Wolfsburg, ich weiß, das wird extrem schwer. Ja, aber ist für mich, wie gesagt, nicht völlig abwegig. Dann reicht ein Punkt in Freiburg. Und das ist durchaus drin für Nürnberg. So. Also jetzt kommt mit, ich habe den Tabellenrechner beim Kicker auf. Okay, ach so. VfB gegen Gladbach. Also, pass auf, das kann ich nicht einfach so mit einem Ergebnis quittieren, sondern ich bin wirklich gespannt und ich bin jetzt schon froh, dass ich genau für dieses Spiel direkt einen Stehplatz bekommen habe und in der Kurve stehe, weil ich gespannt bin, wie die Fans die Mannschaft begrüßen werden und wie sie die Mannschaft einfach unterstützen werden, weil das ist auch etwas, da frage ich mich momentan, wie sollst du mit einer Mannschaft umgehen, die so auftritt in Augsburg? Ist scheißegal, wer da an der Seitenlinie steht. Wer der Fritzchen, Holger Laser oder was weiß ich, wer an der Seitenlinie steht, so präsentiert man sich in der Bundesliga nie, niemals. Und dazu kommen diese Äußerungen diverser Spieler, die man auf Twitter lesen konnte. Dazu kommt das Gerücht, dass Spieler nicht bereit sind, mit der Presse zu sprechen und auch der Fakt, dass nur Ron-Robert Sieder bislang sich öffentlich zu dieser ganzen Situation beim VfB geäußert hat. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie da Kommando Kantstadt, Schwabensturm und andere Konsorten reagieren werden. Konsorten meine ich nicht abwertend, möchte ich an dieser Stelle sagen. Also da bin ich wirklich gespannt und sage aber, dass dieser Willig-Effekt durchaus vorhanden sein könnte gegen Gladbach, die auch nicht so stark in der Rückrunde aktiv sind. Ich sage 2-1 für den VfB. Genau, was? 2-1 für den VfB. Okay, ah, Sieg. Okay. Und Nürnberg, Bayern habe ich jetzt mal 0-4. Da gehe ich mit. Ah, ich mache 0-3. Jetzt, 32. Spieltag. Pass auf, wo haben wir, wo haben wir? Wir spielen in Berlin. Wir spielen in Berlin? Wir haben, glaube ich, in Berlin seit 150 Jahren nicht gewonnen. Aber du siehst, wie du gegen Berlin einen Punkt holen kannst. Das hast du gestern gesehen, wie das Hannover gemacht hat. Im Endeffekt musst du das Spiel komplett boykottieren. Ja, und wirklich hinten reinstellen, rumholzen. Also das ist wirklich, der Willig muss im Endeffekt, den musst du zu Hause lassen. Den darfst du nicht mit nach Berlin nehmen, weil der, doch wirklich, der speit, das ist wie so ein Kremlin, den du mit Wasser überschüttest, wenn der das Spiel in Berlin so angehen müsste, wie der Deuters gemacht hat. Der würde einfach durchdrehen. Aber ich glaube, mit einer ganz ekelhaften Spielweise kannst du in Berlin einen Punkt holen. Ich gehe aber davon aus, dass der VfB einfach das macht, was der VfB immer macht, wenn so ein klein bisschen die Flamme der Hoffnung entzündet wurde, die direkt wieder zu ersticken und man verliert 0-1 in Berlin. Oder 1-0. Der VfB spielt richtig, richtig gut und verliert 3-2-1. Okay. Ja, das wäre auch der VfB. Wolfsburg gegen Nürnberg. Danach sagt Paul Dardai, eigentlich hätten wir das Spiel nie gewinnen dürfen. Ja, genau. Und wer spielt gegen Wolfsburg? Hertha. Nürnberg. Nürnberg in Wolfsburg. Ah, das sehe ich auch für Wolfsburg, für Nürnberg echt wenig, wenig. Ich sage dir ein 1-1. Also wir machen ein 1-1. Weil der Labbadia jetzt schon geschasst wurde. Ich glaube, dass das einfach dann auch nochmal eine Rolle spielt bei dem einen oder anderen Spieler, dass der Trainer frühzeitig hier als Abgang vermeldet wird. Das ist nicht immer hilfreich, hat man auch bei uns gesehen. Apropos Wolfsburg, die sind dann in Stuttgart zu Gast am 33. Spieltag. Oh Mann. 0-0-1-1. Irgendwas Unentschidiges. Also wir machen ein 1-1. Und Nürnberg spielt zu Hause gegen Gladbach. Die lassen wir mal gewinnen, oder? Wow, okay. Damit es spannend wird, meinst du, am letzten Spieltag. Ja, das ist halt schon komplett unspannend. Die gewinnen 1-0 zu Hause gegen Gladbach. So, und 34. Spieltag. Wir haben jetzt drei Punkte Vorsprung auf Nürnberg. Ich glaube, genau wie jetzt eigentlich. Genau wie jetzt. Okay, dann sag mal zuerst Nürnberg gegen Freiburg oder Freiburg gegen Nürnberg. Realistisch betrachtet. Also Freiburg ist jetzt, auch gut, die haben wir jetzt nicht getippt. Die sind halt irgendwie 13. Das ist echt scheißegal. Ja, die haben halt, du siehst halt zum Beispiel, dass die wirklich viel über Mentalität kommen und Einsatzbereitschaft. Also kann schon sein, dass wenn es am letzten Spieltag um nichts mehr geht, dass dann die 4% vielleicht fehlen, um gegen Nürnberg zu gewinnen. Unentschieden oder Sieg für Nürnberg, sag ich da voraus. Also wenn Nürnberg gewinnt, haben sie genauso viele Punkte wie der VfB und plus 8 Tore. Ja, dann sind sie vorbei. Da müssten wir ihren Punkt holen auf Schalke. Und der VfB und Schalke ist halt auch irgendwie durch. Ach Gott, dann gewinnt der VfB. 2-2. Ja, 2-2. Der Jako in der 90. Doppelpack González. Genau. Nee, ich hoffe ja noch so ein bisschen, dass Willig vielleicht den einen oder anderen aus der U19 mit hochzieht. Ja, das wird spannend, oder? Ob er welche hochzieht, ob dann auf einmal Akolo wieder spielt oder Tommy wieder in der Startelf steht oder so. Alter, bin ich echt ein bisschen gespannt, ob sich da was tut oder ob er das irgendwie so verwaltet. Aber ich bin irgendwie, wie gesagt, komplett gespannt. Relegation, die Relegation wird's. Ich lege mich jetzt fest, wir werden Relegation spielen und dann zählt's. Ja, absolut. Aber gegen wen? Das ist ja auch total spannend. Ja, da lege ich mich jetzt auch mal fest und sag Union. Ah. Ja, ich weiß schon, was du sagen willst, aber ich bin ja noch richtig für Union. Nee, aber ich meine, die sind ja echt total, total eng beieinander da, ne? Also, ähm. Ja, was geht denn da noch ab? Komm, jetzt lass uns da halt auch noch mal ein bisschen Tabellenrechner machen. Mein Gott, heute ist Feierabend. Ach, scheiße, komm, jetzt machen wir noch Zweitliga-Tabellenrechner. Weil das Geile ist, die spielen ja alle noch gegeneinander irgendwie, ne? Also deswegen, es ist echt total spannend in der zweiten Liga. Ich hab ihn gerade hier. Köln-Darmstadt können wir uns auch nennen, können wir auch rausblenden. Hier, Sandhausen gegen Kiel, ne? Das ist, ähm. Nein, das ist gar nichts. Sandhausen ist ja irgendwie. Kiel ist schon noch. Kiel ist schon noch. Ja, Kiel ist in der Verlosung, genau. Also Kiel muss am nächsten Spieltag in Sandhausen spielen. Das Ding ist halt, das Ding ist halt, ich kann absolut überhaupt nichts dazu sagen, wie Kiel aktuell drauf ist. Deswegen macht der Tabellenrechner merke ich gerade wahrscheinlich gar nicht so viel Sinn, weil wir überhaupt nicht wissen. Egal, ob es Sinn macht, wir machen jetzt kurz Tabellenrechner. 1-1. Und ich sag, Kiel gewinnt 0 zu, also die gewinnen mit 2 zu 0 in Sandhausen. Okay, dann schließe ich mich dem an. St. Pauli ist, boah, ne, die sind eigentlich raus. Die müssen wir nicht tippen. Bregensburg? Ja, genau. Nächster Spieltag, Union Berlin gegen HSV. Knaller. Also wir wissen ja aus eigener Erfahrung, dass man in Berlin bei Union wirklich absoluten Hexenkessel erwarten darf. Und der HSV, der bekleckert sich aktuell auch nicht mit Ruhm. Das ist so ein 1-1 für mich. Also 1-1. Und nächster Spieltag ist sowieso brutal heiß, weil da spielt Union gegen HSV und... Müssen wir nicht Heidenheim noch tippen? gegen Heidenheim. Das ist brutal. Paderborn, Heidenheim. Ja. Ja, ich weiß halt nicht, ist Paderborn besonders heimstark? Heidenheim, 2-1 tippen für Paderborn. Also ich meine, Paderborn hat schon 68 Tore geschossen. Das ist halt schon ziemlich cool. Dann 4-1. Also 2-1. Okay. Also jetzt machen wir weiter. Wir machen es einfach so. Jetzt pass auf. Jetzt spielt Bielefeld zu Hause gegen Paderborn. Da ich aus Ostwestfalen komme, sage ich, Bielefeld gewinnt 1-0 gegen Paderborn. Okay. Und dann HSV gegen Ingolstädter. HSV spielt gegen die abstiegsbedrohten Ingolstädter. Das gewinnt sie souverän mit 1-0. Ja. Heidenheim spielt gegen Sandhausen. Das gewinnen die auch zu Hause. Schnatterer zweimal. Immer. Ja, Schnatterer hat zwei Tore, 2-0. Und Darmstadt spielt zu Hause gegen Union Berlin. Darmstadt-Union. Darmstadt, wo stehen die denn? Darmstadt ist... 13. Darmstadt. 13. Also bei mir jedenfalls hier. Ja, bei mir ist... Jetzt sind sie denn... Ach ja, 12. Ja, ja. Also, ja, die sind auch gerettet. Das verlieren sie. Verliert Union? Oder? 1-0? 0-1. 0-1 Union gewinnt das. Union gewinnt das. Okay, nehme ich mit. Ja, ja. Und Kiel spielt zu Hause gegen MSV Duisburg, die Tabellenletzter sind. Mhm. Dann 2-0. Kiel hat bisher 32 Tore. Es gibt einen 2-1-Sieg. Okay. 33. Spieltag. Köln-Ruisburg. 33. Spieltagspiel spielt gegen Dynamo Dresden. Die haben jetzt einen Trainer. 1-1. Ich sage 1-1. Okay. Ja, die müssen noch ein bisschen gucken. Aber ist eigentlich durch. Heidenheim spielt in Duisburg. Duisburg, letzter Tabellenplatz. Da geht es ums Überleben. Ja, die sind abgestiegen, lösen sich auf. Heidenheim gewinnt in Duisburg. 4-1. Uh, okay. Sebastian sagt es zuerst. St. Pauli. St. Pauli ist eigentlich raus. Den tippen wir nicht mehr. St. Hausen-Bielefeld tippen wir auch nicht mehr. Oh, jetzt hier Paderborn. Zuhause gegen HSV. Sehr schön. Aha. Aber ich sage dir eins. Der Hannes Wolf ist jemand, der kann den Gegner lesen. Das weiß ich. Der mauert sich zu einem 0-1 in Paderborn. Okay. Also der HSV gewinnt 1-0 in Paderborn. Und ist damit, ach gut, wir haben jetzt Köln nicht getippt, aber der HSV ist dann eigentlich durch. Union Berlin spielt zuhause gegen Magdeburg. Die haben auch relativ wenig Punkte. Ja, 2-1 oder sowas. Ja, das darf man das Ostderby nennen. Ich weiß es nicht. Aber, ähm, ja. Ähm, okay. So, 34 der Spieltag. Warte mal, Köln gegen Regensburg? Sollen wir Regensburg noch mit reinnehmen oder nicht? Hm, nee. Der wird jetzt rausgelassen. Gut, gut, gut. 34 da. Wie steht es denn jetzt eigentlich? Was ist denn da los? 57 Punkte? Also wir haben ja Köln nicht getippt. Also Köln und HSV sind durch. Okay. Und jetzt betteln sich eigentlich, ähm, Holstein-Kiel ist raus. Paderborn 54, Heidenheim 55 und Rony Berlin 57. Das ist so State of the Art. Genau. Jetzt, ähm, Dynamo Dresden gegen Paderborn. Boah, also, sag du. Dresden für Dresdensaison vorbei und der ostwestfälische Kampfwille, ähm, Sieg, ähm, Paderborn gewinnt 3-2-1 in Dresden. Okay. Ähm, Kiel ist eigentlich schon raus. Die müssen nach Bielefeld. Da verlieren sie sowieso. Ähm, mit 1-0, na, mit 4-0, na, mit 5-0, okay. Ähm, Heidenheim gegen Ingolstadt. Ich meine, Ingolstadt steigt wahrscheinlich ab. Dann ist es ein Heidenheimer-Sieg wahrscheinlich. Lass uns erst mal kurz Union tippen, damit ich weiß, ob für Heidenheim noch was drin ist. Bochum, Union. Union spielt in Bochum. Die sind, ah, die sind total gesichert. Ich sag 2-1. Ich sag 2-1 für Bochum. Die wollen doch mal, äh, den Fans einfach einen Sieg schenken am letzten Spieltag. Und dann haben wir für Heidenheim die Situation, dass die gewinnen müssen zu Hause. Oder ein Unentschieden reicht, glaube ich. Nee, reicht nicht. Ein Sieg. Wenn man unentschieden wird, nee, warte mal, ein Unentschieden. Nee, ein Unentschieden reicht nicht. Wir tippen es jetzt so, dass es auf jeden Fall Heidenheim wird. Können wir uns darauf einigen? Dann gewinnt Heidenheim 1-0 gegen Ingolstadt. Und der VfB spielt Relegation gegen Heidenheim. Gut, dann sag ich dir jetzt ganz ehrlich. Wenn du gegen Heidenheim keine Relegation, keine zwei Relegationsspiele für dich entscheiden kannst, dann leck mir den Arsch. Dann hast du in der ersten Liga nichts zu suchen und kannst auch absteigen. Also ich lass mir das gefallen. Aber ich verweise dir auf das Pokalspiel gegen die Bayern. Du, ich möchte jetzt hier überhaupt nicht Heidenheim kleinreden oder so. Aber du musst in der Lage sein, als VfB Stuttgart mit diesem Kader Heidenheim zu besiegen. In zwei Spielen, wo es um Leben und Tod geht. Ja, absolut, absolut. Und wenn das nicht gelingt... Aber ich würde trotzdem relativ große Geldbeträge darauf wetten, dass, wenn der VfB in der Relegation gegen Heidenheim spielt, dass Marc Schnatterer ein Freistoßtor gegen den VfB erzielt. Ja, und der Müller, der ja auch eine VfB, also der Torwart von Heidenheim, der ja auch eine VfB-Vergangenheit hat, noch irgendwas Unhaltbares rausholt. Ja, ja, genau. Aber Heidenheim wäre echt der Supergau. Also wenn wir jetzt gegen HSV spielen, dann wissen die, hey, da kommt ein großer Gegner. Aber wenn du jetzt gegen Heidenheim oder Paderborn spielst, das nehmen die genauso wenig ernst wie jetzt die Relegation als solches, weil sie denken, hey, wir retten uns in die Relegation gegen so einen zweiten Gisten, da schaffen wir es schon irgendwie. Aber das sehe ich halt aktuell nicht, weil egal ob Paderborn oder Heidenheim, die kommen genauso nach Stuttgart, wie es der erste FC Nürnberg gemacht hat. Und ja, das wird bitter. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, leider. Das auf jeden Fall. Also wir legen uns jetzt fest, Heidenheim gegen den VfB Stuttgart, das wird die Relegation. Wir mogeln uns irgendwie durch und alles geht weiter wie bisher. Genau, und auswärtsspielern alle nach Heidenheim, egal ob man Karten kriegt oder nicht. Genau. Das ist nicht weit von hier. Das wären halt zwei Heimspiele irgendwie. Also das wäre schon cool. Bevor man nach Kiel halt fahren muss, dann lieber nach Heidenheim. Also Berlin oder Heidenheim, da bin ich auch absolut dafür. Wir haben uns jetzt ganz schön weit raustragen lassen. Dabei würde ich noch zwei, drei Sachen zu Weinzier sagen und dann vor allem noch ein paar Worte zu Nico Willig verlieren. Also eins noch, ganz kurz, ich versuche das kurz abzuhandeln, frag dich dann, ob du noch was dazu sagen willst, wenn nicht, dann mach mal direkt weiter. Und zwar, was ich noch bezeichnend fand, war Markus Weins hier das Interview bei Sky nach dem Spiel, als er sagte, ich wusste, was auf uns zukommt. Der FCR hat kapiert, wie Abstiegskampf funktioniert. Und das hat man jetzt schon ein paar Mal gehört, dass unserer Mannschaft so ein bisschen unterstellt wird, dass man nicht ganz diesen Abstiegskampf annimmt. Wie siehst du das aktuell? Fehlt es da an dem Verständnis, um was es aktuell geht? Oder wie interpretierst du die Aussage von Weins hier? Na gut, ich meine, wenn der Trainer sagt, der Gegner hat verstanden, wie Abstiegskampf geht und wir, die einen Tabellenplatz weiter unten stehen, haben es nicht kapiert, dann muss ich sagen, hat der Trainer seinen Job nicht gemacht. Aber diese Gefühlslage hatte man ja schon beim Abstieg 2016, als der VfB nicht so richtig wusste, was er machen soll. Aber das ist halt der Job vom Trainer. Und wenn der Verein oder das Team das nicht verstanden hat, dann kann Markus Weins, ich meine, jetzt kann er es eh nicht mehr sagen, aber dann in der PK nicht mehr sagen, ja, bin ich an allem schuld? Ja, daran ist er schuld. Also an der Einstellung des Teams, dass es jetzt halt nur noch darum geht, irgendwie diese zwei, drei Punkte oder den einen Punkt zu holen, um sich da zu retten. Ja, wenn er das selbst erkannt hat vor allen Dingen, dann ist das schon relativ verheerend, finde ich. Ja, ich fand die Aussage auch sehr interessant, weil er hat für mich da ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass er der Mannschaft immer versucht hat, zu erklären, im Abstiegskampf zählt es nicht, was weiß ich, einen schönen Ball zu spielen oder so, sondern ein Messer zwischen die Zähne, auch wenn das wieder eine Plattitüde ist, aber es ist halt so. Ja, absolut, klar. Ja, das scheint in der Mannschaft nicht ganz angekommen zu sein. Und aus Gesprächen mit vereinsnahen Menschen, so möchte ich es mal ausdrücken, weiß ich, ich muss mich noch ein bisschen bedeckter halten, weiß ich, dass da durchaus mehrere Fragezeichen, ich sage mal so, während der Trainingslagerzeit gemacht wurde, ob alle Spieler verstanden haben, auf was es jetzt ankommt. Mir wurde aber dann gesagt, auch von der gleichen Person, das war glaube ich so nach dem, ja eben nach dieser Düsseldorf-Plamage, muss man sagen, dass jetzt das in der Mannschaft angekommen sei, um was es hier geht. Ja, jetzt muss man natürlich vielleicht nochmal nachfragen, mir ist das bislang nicht gelungen, aber vielleicht können wir das nochmal machen. Ja, vermutlich wird doch etwas falsch verstanden. Wieder vergessen. Okay, kommen wir zu unserem Retter, Nico Willig, der jetzt als neuer Trainer vorgestellt wurde, zusammen mit Paco Was, oder Was, ich weiß nicht genau, wie man seinen Nachnamen richtig ausspricht, Ex-Kickerstrainer, und wer ist noch mit dabei, natürlich VfB-Legende, Tobi Rathgeb, der zuvor als U17-Co-Trainer aktiv war, und Martin Franz wird Athletiktrainer Matthias Schiffers, bleibt so ein bisschen helfen, auch der Franz hat eine Vergangenheit bei der U19, genauso wie Nico Willig, und hat auch früher beim DFB gearbeitet, Marco Langer bleibt weiter Torwarttrainer, das ist unser Trainerteam für die letzten vier, maximal sechs Spiele, und ich habe versucht, ein bisschen mehr über Nico Willig rauszufinden, was gar nicht so leicht ist, weil er ist natürlich relativ frisch in diesem Business, muss man sagen, er hat bis 2015 für Baling gearbeitet, war als Spieler eigentlich nie groß in irgendwelchen Profiligen aktiv, also was heißt nie groß, er war einfach nie in Profiligen aktiv, und ist wie gesagt 2015 dann zu den Kickers gewechselt, hat da die U19 der Kickers betreut, war allerdings relativ kurz nur bei den Stuttgarter Kickers aktiv, und ist im Januar 2016 schon zum VfB gewechselt, hat dort von Januar 2016 bis Juni 2016 die U16 betreut, ist dann in die U17 gewechselt, hat da zwei Jahre gute Arbeit geleistet, und betreut seit Juni 2018 die U19, und man muss wirklich sagen, dass er so unter den Jugendtrainern beim VfB das größte Talent ist, also alles, was man so hört, ist, dass Nico Willig ein Motivator-Typ ist, einfühlsam ist, also er findet praktisch die richtigen Worte, aber ist auch jemand, der schon im richtigen Moment draufhauen kann, wenn man das so sagen kann, verfolgt so ein bisschen den pädagogischen Ansatz, im Spiel würde ich ihn beschreiben, als risikobereit, ist jemand, der sagt, wagt lieber das Dribbling, als dass du den Ball nach hinten spielst, also er verlangt von seinen Spielern auch schon so ein bisschen, ja eben diese Risikobereitschaft, die man beim VfB oder bei unserer Mannschaft, bei der ersten Mannschaft, absolut überhaupt nicht mehr wiedergefunden hat, in den letzten Spielen und ist ein Spieler, der ein System spielen lassen hat mit der U19, das eigentlich sehr interessant ist, also er hat lange auf ein 4-2-2-2 gesetzt, das gar nicht so leicht zu erklären ist, also ich habe mir auch damals schon ein paar U19-Spiele, also damals letzte Saison, ein paar U19-Spiele angeguckt und es ist wirklich nicht so leicht zu erklären und ich weiß, dass der Max vom Rasenfunk mit Nico Willig gesprochen hat, das Interview habe ich mir damals angehört und habe darauf gehofft, ein paar Antworten zu bekommen, wie Nico Willig sein System beschreibt und er konnte es selber nicht so richtig beschreiben, also es ist so, dass er ein 4-4-2-2-2 spielt, was eigentlich dafür spricht, frühes, starkes Pressing auf den Gegner auszuüben, aber Willigs Denkweise ist, dass er mit vier zentralen Mittelfeldspielern spielt, die dann trotzdem Ballbesitz im Fokus haben, das klingt jetzt eigentlich ein bisschen konträr, weil du gehst natürlich davon aus, dass wenn du Druck ausüben möchtest auf den Gegner, dass der den Ball hat, du den Ball dann praktisch abluckst und dann mit schnellen Tempogegenstößen eben Tore erzielst, aber Willig hat da eine sehr gute Mischung hinbekommen, trotzdem Ballbesitz zu haben und druckvoll zu spielen und natürlich in den Momenten, wo der Gegner Ballbesitz hat, agiert er dann auch relativ aggressiv und mit massivem Pressing, so habe ich es jetzt für mich beschrieben. Für ihn ist Timing extrem wichtig, sprich im richtigen Zeitpunkt die Bälle zu spielen. Ich weiß nicht, Sebastian, du warst ja auch beim Mercedes-Benz Junior Cup und da konnte man das ein paar Mal sehen. Nico Willig dreht wirklich als Trainer durch, wenn du diesen Zeitpunkt für den perfekten Ball verpasst. Das ist mir ein paar Mal aufgefallen. Also er ist nicht sauer, das habe ich ja vorhin schon angesprochen, wenn ein Spieler ein Dribbling wagt und das misslingt, aber er dreht durch, wenn ein Spieler einfach den richtigen Moment eines Abspiels versäumt, einfach weil er, was weiß ich, nicht konzentriert genug ist. Da ist er wirklich aus der Haut gefahren und hat die jeweiligen Spieler dann oft auch vom Feld genommen. Das ist mir in Erinnerung geblieben, weil das auffällig war im Vergleich zu anderen Trainern. Er versucht, das ist mir auch aufgefallen, wirklich die individuellen Stärken jedes einzelnen Spielers voll auszuschöpfen, weil wenn du jetzt die U19 nimmst, das VfB, ist da kein Sané dabei zum Beispiel. Leroy Sané wirst du bei der VfB U19 nicht finden, aber du findest Spieler, die auf den Positionen spielen, die wirklich ihre Qualitäten komplett ausschöpfen, oder die Spieler können auf diesen Positionen ihre Qualitäten komplett ausschöpfen. Also es scheint für mich so, als ob Nico Willig den Blick hat, einen Spieler perfekt in so eine Mannschaft einzugliedern. Also er sucht sich die Spieler gezielt raus, lässt dann vielleicht auch mal in Anführungsstrichen bessere Spieler auf der Bank, aber sieht einfach, der Spieler XY kann mehr zum Erfolg beitragen, als ein technisch besserer Spieler zum Beispiel. Also das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, wenn man U19-Aufstellungen gesehen hat, auch mal einen Erik Hottmann, der draußen saß oder so, der ja eigentlich schon jemand ist, dem man doch eine gewisse Qualität unterstellen kann, den er dann draußen gelassen hat und hat dann eben andere Spieler spielen lassen. Also da bin ich auch mal gespannt, wie er das dann in der ersten Mannschaft löst. Und, das sage ich jetzt noch abschließend, er ist absolut jemand, der für Geschwindigkeit im Spiel steht. Also das ist einfach ganz wichtig. Und nicht nur die Geschwindigkeit an sich, also Tempo auf dem Platz, sondern auch im Kopf erfordert. Das meinte ich vorhin zum Beispiel, mit Timing is key. Er fordert einfach, dass die Spieler hochkonzentriert sind, 90 Minuten lang. Es gibt nicht, für ihn gibt es, glaube ich, wirklich diese Ausrede, dass du einen Aussetzer im Kopf hast, die gibt es nicht. Sondern du musst voll konzentriert sein, bei der Sache sein, immer wissen, was ist dein nächster Schritt. Und das versucht er seinen Spielern, glaube ich, mitzugeben. Gerade in der U19 ist mir das ein paar Mal aufgefallen. Ich habe mir die, oder zuletzt zwei Spiele angeschaut, komplett der U19. Da merkt man das einfach, dass du das Gefühl hast, dass nicht nur der Spieler, der den Ball hat, weiß, was als nächstes passiert, sondern auch seine Mitspieler. Also es nützt ja nichts, wenn du einen Strategen im Mittelfeld hast, der immer zwei Schritte vorausdenkt. Du brauchst ja auch die Spieler, die diese Spielzüge erahnen, von eben, ich sage mal jetzt, dem Regisseur auf dem Platz. Und das scheint Nico Willig gut im Griff zu haben. Anders kann ich es jetzt gar nicht richtig ausdrücken. Ja, also Tempo. Genau, die Frage ist halt für mich halt nur, er hat zweifelsohne eine große Expertise und ist ein guter Trainer, aber was passiert halt, wenn so ein U-Trainer dann zum ersten Mal vor einer Profimannschaft steht? Der schließt in der Kabine vor einem Haufen von Millionären und Champions-League-Spielern und Weltmeistern und der erzählt denen was, der ist 38 und damit gefühlt zehn Jahre jünger als irgendwie Gentner und Aogo und Beck und der will denen halt irgendwas erzählen. Und funktioniert das? Also das ist so meine Sorge und da brauche ich glaube ich dann auch die Rückendeckung vom Hitzelsberger, dass der die Mannschaft dann halt, um das Wort nochmal zu benutzen, einnordet, um zu sagen, hey, die letzten vier Spiele hat der Typ das Sagen und ihr macht, was der euch sagt. Und sonst ist halt irgendwie hier wirklich Katastrophe und das ist so meine Sorge, dass er halt seine Qualitäten, die er zweifelsohne hat, nicht ins Team einbringen kann. Und das andere ist halt, hat er genug Zeit, um seine Qualität ins Team noch einzubringen. Und wenn man halt hört, wie gesagt, dass heute anscheinend nicht trainiert wurde, dann denke ich auch, hey, es zählt doch wirklich jede Sekunde. Und warum macht die heute nichts? Aber lassen wir uns überraschen, was wir da am nächsten Samstag dann sehen. Also ich persönlich habe gar kein so großes Problem damit, dass man mal einen Tag freigibt, um Kopf frei zu kriegen. Ich sage dir, warum. Ich glaube, dass Willig jetzt eigentlich nur die Möglichkeit hat, über Mentalität und über seine Ansprache zu kommen im ersten Moment. Er muss die Mannschaft bis Samstag... Absolut, klar. Du kannst in den kurzen Tagen keine elaborierten Spielzüge einstudieren. Genau. Er muss die Mannschaft erst mal von sich überzeugen. Dass die Spieler ihm vertrauen. Und ich glaube, da kannst du die jetzt auf den Platz stellen und tausendmal irgendwas probieren und so. Das löst jetzt die Blockade, die ja deutlich bemerkbar ist. Weil eigentlich jedem Spieler löst diese Blockade erst mal nicht. Sondern ich glaube wirklich, dass er jetzt die Spieler über Mentalität packen muss. Und man hat ja auch gesehen, er hat wirklich lange mit diversen Spielern gesprochen. Ich möchte jetzt gar nicht nochmal alle aufzählen, aber ich glaube, das ist wichtig, dass er abfragt, wie einzelne Spieler die aktuelle Situation sehen, was die Idee einzelner Spieler ist, erfahrene Spieler, aber auch Spieler, die jetzt momentan überhaupt keine Rolle gespielt haben, wie Eric Tommi. Andererseits wieder Spieler, die eigentlich in der Rückrunde noch, wenn überhaupt, für erfolgt, dann stand zum Beispiel Steven Zuber für Erfolg, dass er die jetzt mit reinholt. Das ist, glaube ich, schon mal ziemlich clever. Und dann kommt Willig, das hat man auch in einem Video des VfB neulich gesehen, einfach über eine extrem gute Ansprache. Das hört man immer wieder von Leuten, die unter Willig gespielt haben und auch die ihn kennen, dass er in der Kabine einfach wirklich jemand ist, der die Mannschaft absolut im richtigen Moment heiß machen kann. Natürlich mag sein, dass es jetzt bei gestandenen Profis, Weltmeistern und eben vielen Nationalspielern vielleicht nicht so funktioniert wie bei jungen Spielern, die ihre Karriere noch vor sich haben. Das mag sein. Aber ich traue ihm zu, dass er dann vielleicht die Spieler, bei denen er jetzt nicht das Gefühl hat, dass er sie packen kann, dass er die erstmal nicht berücksichtigen wird. Weil das ist das, was ich vorhin meinte. Er ist jemand, der, zumindest habe ich den Eindruck, der bereit ist, den formal besseren Spieler draußen zu lassen und dafür jemanden zu bringen, der genau das umsetzen kann, was er in diesem Moment von einem Spieler auf Position XY verlangt. Also, darauf ruhen jetzt auch meine Hoffnungen, dass er die Spieler für das Spiel gegen Gladbach einfach nicht bei der Ehre packt, aber mental erreicht. So möchte ich es sagen. Weil bei der Ehre packen, das ist mir zu pompös, möchte ich fast schon sagen. In der Clown. Und das halt auch, die Rückendeckung hat halt auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Dass er wirklich die elf Leute noch aufs Feld schickt, von denen er glaubt, dass sie halt ja, den vielversprechendsten Ansatz für den maximalen Erfolg oder für drei Punkte halt liefern und da gar nicht auf Namen und so weiter achtet. Aber dafür brauchen natürlich auch seine Rückendeckung vom Sportvorstand. Und ja, man kann sich, glaube ich, sicher sein, dass er die hat. Weil er ist halt jetzt von Thomas Hitzlsperger installiert und Thomas Hitzlsbergers Ruf hängt jetzt auch am Erfolg von Nico Willig. Und ja, jetzt dürfen wir da wirklich ganz unvoreingenommen mal rangehen und gucken, was da jetzt passiert. Also wie die Aufstellung aussieht, ob die komplett anders sein wird, ob sie eh nicht sein wird, ob es anders gespielt wird. Also ich bin da echt gespannt. Ich habe dir gerade ein Bild über WhatsApp geschickt. So hat Willig lange Zeit bei der U19 spielen lassen. Kurz für die Hörer ist das erklärt. Also er spielt praktisch hinten mit einer Viererkette und dann mit einem sehr kompakten Mittelfeld. Also das ist einfach dieses 4-2-2-2 und der Clou ist letzten Endes, dass er nicht zwei steife Sechser hat und zwei Achter oder Zehner sind es ja dann wahrscheinlich nicht, sondern dass diese vier Spieler wirklich fast alle Positionen im Mittelfeld ausfüllen müssen. Also da ist viel Dynamik im Mittelfeld bei Nico Willig. Da gibt es dann den Sechser, der dann vielleicht mal auf die rechte Seite ausweichen muss oder ein Zehner, der über Außen kommt und nach Innen zieht. Deswegen wird es sehr interessant sein, wie er zum Beispiel Dani Didavi einsetzt. Didavi ist ein Linksfuß. Ja, aber ich wollte gerade fragen, wenn ich die Skizze angucke, wer wären denn die vier Supermänner da im Mittelfeld bei uns? Man muss noch einschränkend dazu sagen, bevor ich dazu was sage, dass Willig zuletzt auch auf Dreierkette in der U19 umgestellt hat. Also er spielt dieses System, wie ich es dir jetzt geschickt habe, nicht mehr 1 zu 1 so in der U19. Er hat zuletzt umgestellt von Viererkette auf Dreierkette. Schwer zu sagen, ob er das jetzt übernimmt, was Weinzier ihm vorgegeben hat. Wenn er dieses alte System spielt und wir konzentrieren uns jetzt nur mal auf das zentrale Mittelfeld, wäre eigentlich für Willig Dani Didavi der perfekte rechte Zehner, weil Didavi ein Linksfuß ist, dann praktisch etwas nach außen ziehen soll auf die rechte Seite und dann nach innen geht und dann mit links zum Beispiel abschließen kann oder einen Pass spielen kann. Es kann aber auch sein, dass er komplett anders aufstellt und hat Didavi dann als klassischen Zehner oder als Spieler hinter den Spitzen einsetzt. Ich glaube, das muss er jetzt auch erstmal herausfinden, welche Spieler kann er am besten gebrauchen, welches System funktioniert am besten, aber ich gehe wirklich davon aus, dass er jetzt nicht versucht, hinten mit einem Fünferriegel möglichst kein Tor zu bekommen. Ich gehe davon aus, dass er versucht, Chancen zu kreieren, mutig zu spielen und man muss natürlich abwarten, wie wird das funktionieren. Markus Weinzi hat auch gesagt, ich wollte gegen Dortmund mutig agieren, hat ja damals auch Maffeo als rechten Mittelfeldspieler gebracht und hat sich andere Dinge überlegt, die dann schiefgegangen sind. Ich wünsche mir so sehr, dass Willig es hinbekommt, die Mannschaft so zu motivieren, dass sie die Ideen richtig umsetzen kann von ihm. Aber jetzt konkret sich da auf dem System festzulegen, macht glaube ich wenig Sinn, weil er muss jetzt gucken. Aber das sieht ja schon so aus, dass da vorne jetzt irgendwie in der vorderen Mittelfeldreihe irgendwie Didavi, Zuber ein gutes Zuhause finden können. Genau. Also mit diesem System, das ich dir jetzt da geschickt habe, mit diesem 4-2-2-2, dann würde es stark danach aussehen, dass Didavi und Zuber praktisch diese Doppelzehen bilden, wenn man das so nennen kann. Und dahinter hast du halt dann Ogo und Castro. Ich gehe eher davon aus, lege ich mir jetzt schon fest, dass wir Christian Gentner am Samstag wiedersehen werden. Oh, okay. Also Gentner habe ich fest auf dem Zettel, weil ich, lass ich mal so stehen. Okay. Lass ich mal so stehen. Also ich weiß, dass Christian Gentner alles dafür tun wird, am Samstag spielen zu können. Und wenn es irgendwie geht, wird er am Samstag auflaufen. Da lege ich mir jetzt schon mal fest. Ob das dann Sinn macht und nicht mehr Schaden anrichtet, das kann ich nicht beurteilen, aber ich gehe fest davon aus, dass alles unternommen wird, dass er, also er wird wahrscheinlich mindestens auf der Bank sitzen, aber ich gehe davon aus, dass er alles dafür tun wird, spielen zu können am Samstag. Und wenn das der Fall ist, dann gehe ich davon aus, dass er mit Castro auf der Sechs spielen wird. Wenn Willig Doppelzechs spielen lässt, muss man dazu sagen. Und wenn Willig das möchte. Ja, aber es ist schon spannend auf jeden Fall. Vorne im Sturm, wenn er mit zwei Stürmern spielen lässt, dann ist Donis für mich eigentlich fast schon gesetzt, weil er einfach auf Tempo setzt. Das ist für ihn ganz wichtig, dass Spieler Tempo entwickeln. Esswein sehe ich da momentan überhaupt nicht, aber mal gucken. Er hat natürlich auch die Möglichkeit, sich wieder zu empfehlen. Also Willig muss auch mit dem arbeiten, was er jetzt im Training bekommt. Also wenn dann ein Esswein sich aufdrängt durch gute Trainingsleistungen, dann ist das für mich auch okay, wenn er wieder spielt. Das heißt ja nicht, dass er überhaupt nichts bringt, nur weil er in den letzten Spielen nichts zeigen konnte. Absolut gar nicht. Nein, 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 nein. Aber er hat jetzt das in den letzten Spielen hat ihn jetzt nicht befähigt, halt immer per Gesetz irgendwie von Anfang an zu spielen. Welchen Spieler? Das muss man auch sagen. Und vor allem nicht irgendwie auf irgendwelchen Positionen, auf denen er in seinem Leben noch nie gespielt hat. Bis auf Kabak und Zieler ist für mich aktuell niemand gesetzt beim VfB. Also das ist einfach so. Wir hatten letzte Sendung gesagt, Gomez ist gesetzt. Immer. Ja, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir auch recht, ja. Auch verheirern schlecht gespielt, aber ja, Gomez muss spielen. Gomez, nochmal, ich lasse auf Gomez in der Hinsicht nichts kommen, weil kein anderer Stürmer es hätte besser machen können mit diesen Bällen, die da nach vorne gehen. Ja, absolut. Und da dürfen wir uns dann bei Michael Reschke wahrscheinlich bedanken. Aber klar, wir haben keinen treffsicheren Stürmer als Mario Gomez. Das ist halt so. Also es ist halt ein bisschen traurig, aber es ist halt so. Vor allen Dingen haben wir keine Idee, wie wir egal welchen Stürmer effektiv einsetzen. Das ist ja das Hauptproblem. Du, das habe ich ja letzte Woche gegen Leverkusen schon angemahnt. Du lässt dann einen Donis draußen und spielst eigentlich ein System, wo du auf einen Konterstürmer setzt. Warum bringst du dann nicht einen Spieler wie Donis, der seine Schnelligkeit einsetzen kann? Natürlich ist ein Gonzales Laufbereiter oder insgesamt vielleicht auch ein bisschen aggressiver. Aber wenn du auf einen Konter lauerst und setzt dann halt einen Gonzales ein, der sich mit seiner ganzen Körperstatur gar nicht gegen Tar durchsetzen kann und bei der Geschwindigkeit auch nicht punkten kann, habe ich nicht verstanden. Also für mich wäre Donis halt im Spiel gegen Leverkusen der ideale Stürmer gewesen, weil auch er hätte Probleme gehabt mit 1 zu 1 gegen Tar, aber er hätte zumindest die Geschwindigkeit gehabt, die du brauchst gegen Tar, der ja auch nicht langsam ist. Also das wird interessant sein. Also Donis ist für mich jemand, wenn der sich jetzt gut anstellt im Training, ist das einer der Spieler, die ich für gesetzt halte. Ich bin wirklich gespannt, auf wen er in der Innenverteidigung setzt. Also da ist natürlich erstmal interessant, spielt er mit Dreierkette oder mit Viererkette und wenn er mit Dreierkette spielt, bin ich gespannt, wer dann da auflaufen wird. Kempf, Baumgartel, Pavard oder Kabak, das wird sehr, sehr interessant werden. Ja und auch, ob wir einen von den völlig verschollenen Spielern nochmal sehen, wie Tommy oder Akolo oder so. Ich meine, die haben beide zumindest mal wieder auf der Bank gesessen, also im Falle von Akolo zumindest mal wieder. Aber ja, wer weiß, also vielleicht findet ja auch einer von den beiden mal wieder einer seinen Weg aufs Feld. Also ich bin da auch gespannt und ja, aber ich meine, schlechter werden konnte es ja nicht mehr und jetzt haben wir zumindest mal irgendeinen Impuls gesetzt und ja, also ich bin, ich weiß auch nicht, zuversichtlich, nicht wirklich, aber neutral. Es reichen nicht nur zwei, drei Änderungen im Vergleich zum Augsburg-Spiel jetzt am Samstag gegen Gladbach. Da muss, da muss, da müssen andere Spieler auf dem Platz stehen. Also das, oder es müssen die gleichen Spieler auf dem Platz stehen mit einer anderen Einstellung. Also insofern dann auch wieder andere Spieler. Aber das ist halt echt eine ganz komplexe Gemengelage. Also das, also in Sumer hat halt ganz oben an beim Präsidenten und zieht sich halt dann durch über den Trainer bis zum Team und alles. Also der VfB hat halt gerade ganz, 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 ganz viele Probleme und irgendwie hat man nicht so den Eindruck, dass eins nach dem anderen irgendwie abgefechert wird, sondern die schwelen halt alle irgendwie so vor sich hin. Also in Sumer hat für mich aktuell in dieser Mannschaft nichts zu suchen. Also nach den Spielen, die er jetzt abgeliefert hat, Nürnberg und auch gegen Augsburg, kann ich nicht nachvollziehen, wenn er jetzt zum Beispiel beginnen würde am Samstag. Ich bin gespannt. Er hat natürlich jetzt mit Paco Fass auch nochmal jemanden, der einfach Spanisch sehr gut spricht und so. Das ist gar kein schlechter Move, ihn da mit dazu zu holen, weil es gibt ja bei uns schon eine spanisch sprechende Fraktion, auch wenn einer davon erst im Relegationsrückspiel wieder eingreifen darf. Aber trotzdem finde ich das gar nicht schlecht, dass die Spieler da wieder vielleicht ähnlich wie damals bei Markus Weiß, äh, nicht Markus Weiß, bei Taifun Korkut wieder jemanden haben, mit dem sie fließend Spanisch sprechen können und so. Also vielleicht hilft das auch nochmal. Auch noch ein Nachtrag, ganz kurz, U19-Coach wird bis auf weiteres jetzt Daniel Teufel sein, das ist der Co-Trainer von Nico Willig, der die U19 jetzt übernimmt für die nächsten Spiele und wie es mit Nico Willig nach diesem Intermezzo, muss man ja sagen, weitergeht, ist auch noch nicht ganz klar. Also ob er dann wirklich wieder zu U19 zurückgeht oder wie auch immer dann mit ihm verfahren wird, das weiß man aktuell noch nicht. Zumindest sagt das Thomas Hitzesberger. Also ich gehe davon aus, dass er dem Verein natürlich erhalten bleibt, aber in welcher Position scheint noch nicht abschließend geklärt worden zu sein. Sebastian, eine Frage, die mich auch noch interessiert, ich habe den Eindruck, dass Thomas Hitzesberger die ganze Situation momentan eigentlich ganz gut handelt. Ja, bis vielleicht auf den Ausrutscher, dass er gesagt hat, mit, ja, mit Weinzielen möchte man das jetzt durchziehen, aber diese Trainerentlassung und die Art und Weise, wie er das begründet, das fand ich doch ganz gut. Wie ist das bei dir so angekommen, die Interviews von Thomas Hitzesberger vor allem dann natürlich am Sonntag? Ja, absolut, keine Frage, also man muss ja bedenken, klar, er ist halt irgendwie ARD-Experte und dies und jenes und so weiter, aber den Job als Sportvorstand und dass er derjenige ist, dem man halt das Mikro dann in die Fresse hält, wenn es halt total beschissen läuft, das macht er zum ersten Mal und dafür macht er es halt absolut überragend, aber es kann halt, ja, nicht darüber hinwegtäuschen, dass er das auch zum ersten Mal macht und er ist jetzt in einer Situation, von der ich nicht glaube, dass er sich wohl in diese Situation fühlt und er ist da halt irgendwie reingeschubst worden und es ist ja auch jetzt keine Situation, von der wir wollten, in der er ist, weil er ist jetzt brutal abhängig vom Saisonverlauf und wie es weitergeht und jetzt innerhalb von ein paar Wochen ist jetzt sein Name ganz eng damit verknüpft, wie diese Saison endet und jetzt ist Nico Willig mit im Boot, jetzt haben wir halt zwei Berufsanfänger, die darüber entscheiden, ob der VfB nochmal absteigt oder nicht und das ist halt egal, wie gut die beiden das machen, eigentlich keine gute Ausgangsposition, aber das ändert nichts daran, dass man den beiden natürlich echt alles, alles Gute und jeden Erfolg wünscht, den man sich nur denken kann, ja, weil die zwei halt echt so Hoffnungsträger für den VfB sind, gar keine Frage, ja, aber wie gesagt, es sind zwei Berufsanfänger in ihrer aktuellen Position, der eine war noch nie Cheftrainer einer Profi-Lizenz-Mannschaft in der Bundesliga und der andere war noch nie Sportvorstand und die beiden müssen jetzt irgendwie eine historische, ein historisches Debakel irgendwie abwenden und das ist natürlich eine relativ komische Konstellation, finde ich. Bei Hitzesberger habe ich schon das Gefühl, dass er noch eine Menge Kredit hat, aber er könnte sich natürlich jetzt, wenn es erfolgreich ausgeht für den VfB, wir nächstes Jahr in der ersten Liga spielen, noch eine Menge Kredit hinzugewinnen, also das, ich glaube wirklich, wenn das jetzt gut geht, selbst wenn es nur die Relegation ist und wir dann dadurch kommen, dass man Hitzesberger schon nochmal als Fan-Diebling, wenn man das so bezeichnen kann, dass er sich da einfach noch mehr Kredit holt und ich glaube, er braucht diesen Kredit auch bei diesem Verein, also das ist einfach schon ein Stück weit Ich denke, Thomas, es ist mega, genau, der hat so viel Kredit, wir könnten jetzt auch absteigen und sagt, hey, und er macht den Neuaufbau in der zweiten Liga, also um Kredit geht es mir gar nicht, mir geht es mehr darum, dass jetzt halt sein Name wirklich mit dem sportlichen Schicksal verknüpft ist und das war bislang nicht der Fall und das ist halt keine dankbare Rolle, er muss jetzt Entscheidungen treffen, die willst du nicht treffen, Trainer rauswerfen, neue Trainer bestimmen, jetzt holst du halt den U19-Trainer, der da brutal erfolgreich war und jetzt kommt er halt zu einem Profi-Team, die irgendwie gefühlt gar keinen Bock drauf haben und beißt er halt auf Granit mit seinen bisherigen Taktiken und Strategien, die er hat, also ja, das ist halt so eine Kette, also Wolfgang Giedrich zieht Thomas Hitzberger von unten irgendwie nach oben und stellten ins Rampenlicht und jetzt bleibt Hitzberger nichts anderes übrig als den Niko Willink von unten auch ins Rampenlicht zu ziehen und jetzt sind alle irgendwie im Scheinwerfer und jeder guckt, was sie machen und das ist relativ undankbar, finde ich. Ja, aber Kredit haben beide, denke ich, also gar keine Frage, aber ja, sie müssen sich jetzt auch an dem messen lassen, was jetzt noch passiert in den restlichen vier Spielen der Saison. Ja, er muss schwimmen und zwar jetzt ohne Schwimmfliegel und im offenen Meer, also das ist jetzt eine Menge verlangt, mehr oder weniger. Genau, mit ganz vielen Haien und um sich. Ja, genau, das kommt auch mit dazu. Das ist so, das ist eine Situation und ich kann mir schon vorstellen, dass Thomas Hitzberger auch jetzt sagen würde, das Angebot bekommen hat, Sportvorstand zu werden, damals klang das irgendwie ganz geil, aber wenn ich jetzt heute das irgendwie beurteile, würde ich sagen, ah, Wolfgang, nee, lass mal, ich bleibe NLZ-Leiter, also weil es ist echt ein Kackjob, den er gerade machen muss. Ja, aber es war absehbar, muss man auch dazu sagen. Natürlich war es absehbar, ja. Und Hitzberger hat ja auch keine Zweifel dran gelassen, dass er, er hat ja gesagt, hey, er möchte den nächsten Schritt machen, er möchte mehr Verantwortung übernehmen und jetzt, ja, steht er aber in einer Situation, die ist halt wirklich sehr, sehr, sehr undankbar, weil er ist jetzt echt so ein Krisenmanager, er muss halt nur Missstand verwalten, er muss nur Löcher stopfen und irgendwie das Schlimmste irgendwie abwenden und das ist halt echt kein dankbarer Job, weil er kann gefühlt nicht gewinnen, sondern eigentlich nur verlieren und ich hoffe wirklich, dass er da irgendwie einigermaßen schadlos aus der Sache rauskommt, weil ich glaube, dass er halt für den VfB sehr wertvoll sein kann, wenn das halt, ja, mal irgendwie, wenn da Kontinuität reinkommt und er nachhaltig da irgendwie arbeiten kann, glaube ich schon, dass da was entstehen kann. Auch hier habe ich eine Info direkt aus dem Verein und die lautet folgendermaßen, wir werden alles dafür tun, um ihn zu schützen, also Thomas Hitzesberger, wie auch immer man das jetzt aufnehmen möchte, aber ich hoffe, dass das bedeutet, dass man Thomas Hitzesberger nachhaltig den Rücken stärkt, muss man so ausdrücken. Ein Thema noch, oder etwas, was ich noch zum Thema Trainer hier loswerden möchte, ist ein Nachtrag zur Q&A-Ausgabe, die wir am Karfreitag aufgenommen haben, und zwar hat der knallgöwe1893 auf Twitter und der tobio1893 auf Twitter eine sehr ähnliche Frage gestellt, und zwar lautet die wie folgendermaßen Trainerfrage, welchen Trainer würde sich Ricky oder Butze, also sprich du Sebastian, für die nächste Saison wünschen? Ich für meinen Teil, schreibt der knallgöwe, kann an den bisher gehandelten Namen nichts gut finden. Und bevor du das beantwortest, dann noch kurz die Frage von tobio, tobio, ja, ich glaube, so wird es ausgesprochen, 1893 hinterher, wir alle wissen, dass Markus Weins hier spätestens zum Saisonende Geschichte sein wird, also wie gesagt, die Frage stammt vom Freitag. Ihr könnt mal wieder die derzeit, oder ihr könntet mal wieder die derzeit gehandelten Namen durchgehen und selbst realistische Vorschläge diskutieren, also das zielt ja, denke ich mal, beides in die gleiche Richtung. Ja, Sebastian, wer wäre denn für dich so von allen gehandelten Namen der aktuell idealste Trainer für die kommende Saison? Ja, ich glaube, wir hätten das schon besprochen, also irgendjemand, der einem auch so eine gewisse Fantasie vermittelt, also ich tue mich jetzt zum Beispiel schwer zu sagen, irgendwie mit Dominique Tedesco kommt, weil der Spiel hat Offensivfußball, das war erfolgreich eine Saison auf Schalke und dann wieder nicht, aber entfacht der Begeisterung, da glaube ich eher war er nicht dran und wenn man jetzt sieht, der, wie heißt der mit Vornamen, der österreichische Trainer Glasner? Glasner, ja, ich weiß es jetzt auch nicht. Ja, Roman, ich glaube, die heißen alle Roman, oder? Roman Glasner, alle Österreicher heißen Roman. Trainer Glasner, der letzte Woche eigentlich in Wolfsburg schon fix war und jetzt doch nicht dahin geht und heute kamen wieder Gerüchte, auf dass er vielleicht doch zum VfB geht und da muss ich sagen, da ist mir dann so ein österreichischer Trainer, Oliver, er heißt Oliver, Entschuldigung. Oliver, ja, wie Oliver Glasner, dann schon lieber, weil man mit dem halt so eine gewisse Fantasie verbindet, dass der dem VfB ein Spielsystem einimpfen kann, was total toll ist, aber wie gesagt, das letzte Mal, dass wir diese Denkweise hatten, war kurz bevor Alex Zorniger gekommen ist, da hatten wir eine einzigartige Spielweise, die zu ganz vielen Gegentoren führte und wir sind dann abgestiegen. Ja, aber Namen mag ich gar nicht nennen, aber wenn man sieht, was zum Beispiel da mit dem Adi Hütter in Frankfurt zum Beispiel passierte, dem man auch relativ wenig zugetraut hat und das funktioniert, dann bin ich echt eher der Meinung, man holt einen mehr oder weniger unbekannten Trainer mit einer Philosophie als einen bekannten Trainer mit einer Philosophie, von der man denkt, dass sie nicht zum VfB passt. Ja, also das Thema Trainer ist halt so schwierig zu beantworten, weil du weißt ja nie, ob es gut geht und ganz ehrlich, Oliver Glasner kann ich überhaupt nicht einschätzen, ich habe bislang noch nie was von Oliver Glasner gehört, bis jetzt eben auf die Gerüchte, dass er in Wolfsburg heiß gehandelt wird, hier in Stuttgart heiß gehandelt wird, ein Stück weit hoffe ich halt, dass so ein Oliver Glasner Ähnliches leisten kann, wie ein Adi Hütter in Frankfurt, aber eigentlich, wenn ich sage, ich hätte gern Oliver Glasner als VfB-Trainer, sage ich im Endeffekt, ich hätte gern Adi Hütter als VfB-Trainer, das ist das Problem, was ich momentan habe. Ich kann dir nicht sagen, welcher Trainer hier beim VfB funktioniert, weil ich der Meinung bin, dass es fast egal ist, wer bei VfB aktuell die Mannschaft trainiert, weil egal, wer in den letzten Jahren hier aktiv war, er ist früher oder später krachend gescheitert, das ist mein Hauptproblem, ich habe so oft schon Hoffnungen in diverse Trainernamen gehegt, die dann ganz, ganz schnell wieder jedes Ende gefunden haben. Und zuletzt, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch gehofft, dass Korkut uns alle überrascht. Ich habe die Rückrunde gesehen und dachte mir, okay, wir müssen vielleicht so ein bisschen nochmal die Meinung bezüglich Teil von Korkut revidieren, dann kommt die Hinrunde, ich sage gleich dazu, ich bin der Meinung, dass man Korkut zu früh entlassen hat, also ich glaube schon, dass unter Korkut wir aktuell nicht viel schlechter dastehen würden, was nicht bedeutet, man hätte ihn nicht entlassen sollen, aber du kannst den Trainer nicht nach wie viel, fünf, sechs Spieltagen entlassen, wenn er zuvor so eine Arbeit abgeliefert hat, wie Korkut sie einfach in der Rückrunde abgeliefert hat. Von daher hätte ich ihm da schon noch ein bisschen mehr Zeit eingeräumt. Aber ja, ich habe immer mal wieder Hoffnungen in diversen Trainern und die werden dann relativ schnell zerschlagen, warum auch immer. Und das fällt mir jetzt ganz schwer, jemanden zu nennen, der diese Mannschaft erfolgreich trainieren kann. Ein bisschen. Ja, aber das Ding ist ja auch, du brauchst glaube ich auch gar keinen Namen nennen. Ja, wahrscheinlich nicht. Du willst halt einfach da ein schlagkräftiges Team haben, das aus Hitzelsberger, Mislintat und dem neuen Trainer dann besteht und die müssen halt, wir haben es schon mal gesagt, an einem Strang ziehen. Der Trainer sagt, hey, ich will den Fußball spielen. Dann sagt Mislintat, hey, dann hole ich dir die Spieler und Hitzelsberger sagt, hey, und dafür gebe ich dir die Kohle. Ja, und wenn das funktioniert, ich glaube, dann hast du echt den Grundstein gelegt, um eine akzeptable Saison zu spielen. Aber wenn halt alle in andere Richtungen laufen, so wie es immer der Fall war, also ich meine, Michael Reschke hatte irgendwie ein Problem oder hat nicht mit Hannes Wolf, Harmonien, hat er Teil von Korkut geholt. Teil von Korkut wollte Defensivfußball spielen und Reschke wollte das nicht und dann holt er Weinzell und dann schwelzt er ihm auch wieder rein. Das klappt halt nicht. Aber wenn die drei an den neuralgischen Positionen an einem Strang ziehen, dann ist es wahrscheinlich vollkommen egal, wer der Trainer ist und wahrscheinlich auch vollkommen egal, wer der Kaderplaner ist oder der Sportdirektor und der Sportvorstand, solange die halt irgendwie Teamwork betreiben. Und das wäre halt echt die Grundvoraussetzung. Und wenn das gegeben ist, dann ist mir echt egal, ob jetzt der Trainer Oliver Glasner oder David Wagner oder Hans Koslowski heißt, aber das muss halt irgendwie funktionieren, dass man da im Team arbeitet. Und dann bin ich wieder bei Nico Willig. Weil nachdem... Ja, absolut. Ja, natürlich. Wenn Thomas Hitzberger von ihm überzeugt ist, was der Fall zu sein scheint, weil er ihn jetzt halt irgendwie in einer super schwierigen Situation als Cheftrainer installiert für viele Spiele, dann muss er ihm vertrauen und von ihm überzeugt sein. Und ja, und vielleicht ist er auch dann die Lösung, aber ich hätte halt dann lieber gesehen, dass man halt die neue Saison an Spieltag 1 mit Nico Willig beginnt, als jetzt die alte Saison an Spieltag 30 mit ihm zu beenden. Aber ja, vielleicht ist das klar. Weil wenn das stimmt, was Thomas Hitzberger von mir zitiert gesagt hat, dann ist das für mich eigentlich der Trainer, den ich hier beim VfB sehen möchte. Eben mit diesem Vertrauen, dass Nico Willig genießt vom Sportvorstand und dann vielleicht auch vom Sportdirektor, das weiß ich natürlich nicht hundertprozentig, aber ich gehe mal davon aus, dass Zöln Mislintat, auch wenn er noch nicht offiziell aktiv ist für den VfB, in diese Entscheidung mit einbezogen wurde. Also ich glaube nicht, dass das jetzt nur Thomas Hitzberger entschieden hat, sondern der Hitze wird sich auch bei Mislintat nochmal Rat gesucht oder geholt haben und der wird auch noch seinen Senf dazugegeben haben. Ja, dann bin ich halt bei Nico Willig und ich hoffe jetzt einfach mal, dass für ihn die nächsten vier Spiele positiv ausgehen, vielleicht auch die nächsten sechs und ich wünsche mir, dass Thomas Hitzberger noch keine endgültige Entscheidung getroffen hat. Ja, vielleicht gibt es diese Möglichkeit, dass Willig hier länger die erste Mannschaft trainiert und mit einer guten Schlussoffensive ja einfach dafür sorgen kann, dass er als Cheftrainer mehr als nur eine Interimslösung bleibt, sondern eben auch über die Saison hinaus beschäftigt wird. Ich glaube es nicht. Ich weiß nicht, ob man schon sich einig ist mit einem neuen Kandidaten, aber ich bin mir sicher, dass es zumindest fortgeschrittene Gespräche gibt, sonst hätte sich Thomas Hitzberger nicht so konkret geäußert, dass Willig eben nach der Saison ja nicht mehr Cheftrainer sein wird. Ich habe keine Antwort. Die allgemeine Sprachregelung lässt schon ein bisschen vermuten, dass man für die kommende Saison einen neuen Cheftrainer hat, wobei das auch wieder seltsam wäre, weil man noch gar nicht weiß, in welcher Liga man spielt. Aber wir lassen uns überraschen. Ja, das wird auf jeden Fall spannend und es werden die Gesprächsthemen nicht ausgehen. Ich denke mal, für heute haben wir das meiste besprochen. Es wurde hitzig, es wurde hoffentlich investigativ. alles völlig okay. Wir hatten einen Rant, wir hatten Katzenmiauen, wir hatten eine Winkelpause. Also ich denke, wir haben alles drin, oder? Wir hatten alles mit dabei. Kurz noch einen Nachtrag, der DennisME1893, der hat noch einen Vorschlag unterbreitet, den würde ich jetzt hier kurz noch mit anführen und wollte noch was dazu sagen und zwar schrieb er auf Twitter, folgendes würde ich gerne hören und zwar die Top 5 beziehungsweise Top 10, wer am meisten Schuld an der sportlichen Situation hat. Ich für meinen Teil, Sebastian, du kannst natürlich dann gleich auch noch was dazu sagen, tue mich immer ein bisschen schwer damit, irgendwie so eine Reihenfolge aufzustellen, wer jetzt am meisten Schuld an der aktuellen Situation hat und wer vielleicht ein bisschen weniger Schuld hat. Ich bin der Meinung, aktuell kann sich beim VfB Stuttgart keiner davon freisprechen, unschuldig an der aktuellen Situation zu sein. Ja, egal wer es ist, es wurden eigentlich auf allen Ebenen Fehler gemacht, also das fängt ganz oben an und geht halt bis tief in die Mannschaft. Was mich jetzt viel mehr interessieren würde, ist, wer das Heft des Handelns in die Hand nimmt und versucht, einfach diesen Verein wieder aus diesem Schlamassel rauszuhelfen. Das interessiert mich viel mehr, als wer da aktuell dran Schuld hat und wer jetzt mehr Schuld hat als irgendein anderer. Hier läuft so viel schief in den letzten Jahren und das zieht sich so durchweg eigentlich und mich würde viel mehr interessieren, wer ist in der Lage, diesen Verein aus diesem Schlamassel rauszuziehen. Ich habe keine Antwort darauf, aber ich hoffe, dass wir vielleicht in zwei, drei Jahren sagen können, der und der, die haben dazu beigetragen, dass der VfB jetzt eben, was weiß ich, auf Platz 10 in der Bundesliga steht. Ich bin jetzt kein großer Fan davon, wirklich jetzt den Hauptschuldigen auszumachen und dann ein Ranking zu führen über mehrere Plätze. Absolut nicht, weil das heißt ja auch immer, wie zu schimpfen, wenn man über den Präsidenten steht, der auf dem Platz und schießt neben dem Tor oder verursacht Gegentore. Nö, macht er nicht. Aber das Problem ist halt, der VfB hat halt nicht ein Hauptproblem, sondern der VfB hat irgendwie eine Tonne Hauptprobleme. Auf dem Platz, neben dem Platz, überall. Und man muss die halt langsam mal anfangen, irgendwie zu beheben. Und ich glaube, das ist das Problem. Und man darf ja auch nicht, und man kann auch nicht sagen, ihr dürft ja jetzt nicht drüber sprechen, weil das verunsichert die Mannschaft. Nö, also man muss ja jederzeit, wenn man ein Problem erkennt, anfangen, drüber zu sprechen und gucken, wie man das halt irgendwie beheben kann. Und ganz klar, es hat niemand im Umfeld des VfBs die Hauptschuld daran, dass der VfB die schlechteste Saison seiner Vereinsgeschichte spielt. Und jetzt in Augsburg, die zweithöchste Niederlage der Vereinsgeschichte kraftiert hat. Also es gibt viele Probleme. Und man muss halt eins nach dem anderen anpacken. Ja, und der Rangliste dazu erstellen, ist Quatsch. Vor allen Dingen ist es ja so, dass viele Entscheidungen, die getroffen wurden, zum Zeitpunkt, als sie getroffen wurden, mal gar nicht so blöd aussahen. Also wenn man jetzt sagt, hey, man tauscht Schindelmeiser gegen Reschke aus, dann ist das mal zum Zeitpunkt der Entscheidung vielleicht gar nicht so blöd. Also muss man ja mal festhalten, dass sich halt dann Michael Reschke als irgendwie ein grandioses Missverständnis entpuppt. Das konnte halt auch ein Wolfgang Dietrich nicht wissen. Aber es ist halt so. Und dafür muss er natürlich dann im Endeffekt gerade stehen, weil er die Entscheidung getroffen hat. Aber genauso wie die Entscheidungen von ganz oben falsch getroffen wurden, werden die Entscheidungen vom Trainer falsch getroffen, werden die Entscheidungen auf dem Platz falsch getroffen. Ja, und das ist halt gerade so irgendwie der Song unserer Saison, dass auf allen Ebenen die Entscheidungen, falsche Entscheidungen getroffen werden. Das ist halt so. Und was uns Hoffnung gibt, ja, also, ich meine, viel gibt es ja nicht, aber muss man nicht sagen. Also Thomas Hitzelsberger, Nico Willig ist aktuell unsere Hoffnung. Und eine Hoffnung, die uns dann, ja, hoffentlich in die Relegation trägt und uns dann hoffentlich auch in der ersten Liga hält für die kommende Saison. Und eins will ich noch anfügen, manches, was aktuell Hoffnung gibt, wäre vielleicht nicht möglich gewesen, wenn man Jan Schindelmeiser als Sportvorstand weiter geduldet hätte. Ich möchte gleich dazu sagen, ich bin kein Fan davon gewesen, wie man mit Schindelmeiser umgegangen ist und wie das ablief und welche Erklärungsversuche oder eben Nichtversuche von Seiten der Vereinsführung mit der Personalie Schindelmeiser einhergehen. Das möchte ich gleich dazu sagen. Aber es gibt zumindest ein paar Stimmen aus dem Verein, die das Ganze verständlicher machen. Und ich bin aber trotzdem der Meinung, dass von Vereinsseite da durchaus eine bessere Kommunikation an den Tag gelegt werden könnte. Viel Konjunktiv, aber besser kann ich das momentan nicht ausdrücken. Absolut. Nein, das ist ja keine Frage, aber mir fällt es halt auch schwer, diese Selig-Sprechung von Jan Schindelmeiser dann irgendwie so post-mortem für die ganze Sportdirektor. Ja, es ist so. Oder Sportvorscher. Man kann nicht sagen, unter ihm war alles geil und dann kam Reschke und dann war alles kacke. Das stimmt halt nicht. Also zum Zeitpunkt, als Jan Schindelmeiser gefeuert wurde, das war glaube ich zwei oder drei Wochen vor Saisonstart, hatten wir keine Außenverteidiger. Das war halt so. Und dann kam Michael Reschke und hat halt dann auf der Reschke-Rampe halt Beck und der Ogo geholt. Und das war halt für die letzte Saison auch wirklich grundlegend zum Erfolg. Das muss man auch so sagen. Und vielleicht, ja, hätte Jan Schindelmeiser auch irgendwie 53 Sekunden vor Ende der Transferperiode noch zwei total geile Außenverteidiger geholt. Vielleicht aber auch nicht. Aber ich finde, das muss man halt auch dann ein bisschen neutraler sehen. Und zum Zeitpunkt, ja, zwei Wochen vor der Saison, war der Kader halt einfach noch nicht komplett. Und das ist auch auf seinem Mist gewachsen. Und ich bin trotzdem großer Freund oder Fan von Jan Schindelmeiser. Aber die Kaderplanung zu dem Zeitpunkt war definitiv nicht optimal. Was nicht richtig war, ist Hitzesberger, sage ich schon, Schindelmeiser so als Aushängeschild für die Ausgliederung zu missbrauchen, muss man ja wirklich sagen, und ihn dann kurze Zeit später zu entlassen. Weil, dass er so tickt, wie er eben tickt und dass er seinen eigenen Weg geht, egal, was von außen an ihn herangetragen wird. Das war schon vor der Ausgliederung klar. Aber darauf hat man keine Rücksicht genommen, sondern hat das ausgenutzt für die eigenen Zwecke, hat ihn missbraucht mit seiner tollen Rhetorik, mit seiner Art und Weise, wie er Menschen für sich begeistern kann. Und hat dann trotzdem, sage ich mal, seine Schwachstellen später als Entlastungsgrund so ein Stück weit vorgeschoben. So möchte ich es mal sagen. Also das fand ich einfach in der Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht, eher schwierig. Aber wie gesagt, es ist nicht nur der VfB, der Fehler gemacht hat, was die Personalie Schindelmeiser angeht, sondern Jan Schindelmeiser hat sich da auch, denke ich mal, die eine oder andere Kritik vorzuwerfen. Also, ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Wir wollen aber, Sebastian, mit zwei guten Sachen hier aus dieser Sendung rausgehen. Zum einen freue ich mich darüber, dass Ozan Kaba Rookie des Monats März geworden ist in der Bundesliga. Ich weiß, das sind schon wirklich Nachrichten. Das ist absurd, dass man sowas hier anbringen muss. Aber ich wollte halt irgendwas Positives noch mit in diese Sendung bringen. Und zum anderen muss man wirklich sagen, das Spiel gegen Gladbach ist eine neue Chance. Es ist jetzt einfach wirklich unser Ground Zero hier. Wir können jetzt hier wieder neu anfangen, was aufzubauen. Natürlich wäre dieser Ground Zero vielleicht besser nach dem 34. Spieltag gewesen, anstelle jetzt mehr oder weniger noch mitten in der Saison. Aber trotzdem ist es einfach eine Chance für alle. Und wichtig ist dann, dass man am Samstag natürlich von der Mannschaft eine gewisse Leistung erwarten kann. Vor allen Dingen der Einsatz, die Kampfbereitschaft, das sind alles immer so Wörter, die gar nicht in meinem Wortschatz vorhanden sind, wenn es um Fußball geht. Weil das ist mir viel zu groß manchmal. Aber trotzdem, ich möchte einfach sehen, dass von der Mannschaft jetzt ein gewisser Ruck ausgeht. Nicht nur vom Trainer, nicht nur vom Spielsystem, nicht nur von einer neuen Aufstellung oder so, sondern von jedem Einzelnen auf dem Platz. Es gibt jetzt einfach nur noch diese vier Spiele, da geht es um alles. Und danach können wir auf alle einhauen und können uns wirklich dann auch beschweren über Spieler und die vom Hof jagen. Ist alles okay. Aber es bringt uns jetzt in der aktuellen Situation nichts, wenn, glaube ich, von Fanseite aus der Support eingestellt wird oder sonst irgendwas. Natürlich, so eine Leistung wie gegen Augsburg ist inakzeptabel und ich verstehe jeden Fan, der nach dem 4 zu 0 sagt, weißt du was, leckt mir im Arsch, geh nach Hause. Das verstehe ich. Aber am Samstag starten wir wieder bei 0 und wenn wir da drei Punkte holen, sieht die Welt auch schon wieder anders aus. Das heißt, auch in diesem Spiel braucht die Mannschaft die Unterstützung von jedem Einzelnen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, geht ins Stadion. Ich weiß nicht, ob es noch Karten gibt. Wenn nicht, dann steht euch vor Stadion oder was weiß ich. es ist immer noch unser Verein. Jeder von diesen Jungs, die da auf dem Platz stehen, die werden wahrscheinlich in drei, vier Jahren irgendwo anders kicken, aber es bleibt trotzdem unser Verein. Und wenn schon der eine oder andere Spieler nicht bereit ist zu kämpfen, dann sollte es jeder Fan tun. Also geht ins Stadion, supportet die Truppe und versucht irgendwie euren Beitrag zu leisten, was natürlich jeder Fan, das ist ja das, was mich auch ankotzt. Die ganzen Jungs machen es ja regelmäßig, aber trotzdem, man muss es wieder einfordern. Geht ins Stadion, supportet, schreit die Leute nach vorne. Wir schlagen am 34. Spieltag von mir aus auf die Leute ein, die nicht die Leistung gebracht haben, aber es bringt nichts, jetzt die Saison mehr oder weniger von Fanseite aus einzustellen. Also wenn es eine positive Nachricht gibt, ist, dass Nico Willig jetzt die Mannschaft übernommen hat und es eigentlich nur besser werden kann. Jo, Sebastian, hast du noch irgendwas Wichtiges beizutragen? Ne, eigentlich nicht. Ne, alles gut. Also alles nicht gut, aber ja. Ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, aber für mich war das heute enorm emotional. Also es ist wirklich so, dass es, das ist so schwierig momentan, die aktuelle Situation zu verstehen und wieder anzunehmen, weil man eigentlich gehofft hat, dass nach diesem Denkzettel 2016, 2017 es einfach nur besser werden kann. Und jetzt stehen wir an einem Punkt, wo alles noch viel schlimmer ist als 2016, als wir abgestiegen sind. Und ja, ich muss sagen, das geht mir schon so ein bisschen nahe aktuell. Und ich hoffe, dass es noch irgendwie positiv ausgeht. Und ich glaube auch weiter daran, dass der VfB erstklassig spielen wird. Und mit positiv meinst du Relegation gegen Heidenheim? Ist mir egal. Ist mir scheißegal. Ich möchte im August 2019 möchte ich auf die Bundesliga-Tabelle schauen und nicht auf die Zweitliga-Tabelle. Das ist alles, was ich will. Absolut. Und dann wieder die Saisonprognosen lesen. Das darf ich noch kurz vorlesen. Das hat uns irgendjemand bei Facebook auf dem Vertikalpass reingespült. Und ich habe es dann auch geschwittert und es kam sehr gut an. Ich lese euch kurz vor, die Prognose von ntv.de für den VfB Stuttgart vor der Saison 2018-2019. Also bitte festhalten. Ich lese kurz vor, es geht auch nicht lang. der extrem gut besetzte Kader ist ein echter Trumpf des VfB. International darf der Klub in dieser Saison nur zuschauen und kann sich so auf Pokal und Liga konzentrieren. Mit Drittligist FC Hansa Rostock und Liga-Konkurrent 1. FSV Mainz 05 warten lösbare Auftaktaufgaben. Dann sollte der Klub in Schwung gekommen sein. Es kommt der Titel Verteidigungswillige FC Bayern. Sollte der VfB in ähnlicher Form wie in der zurückliegenden Rückrunde aufspielen, ist der Traditionsverein sogar ein Titelanwärter. Ich glaube, das lasse ich mir auf den Unterarm tätowieren. Das ist ganz großartig. Ja, großartig. Toll. Also freuen wir uns auf die nächste Prognose. Hoffentlich von ntv.de. Das wird super. Für die 1. Liga. Ja, es kann eigentlich nichts schief gehen. Gut, ntv gehört auch zu ProSieben, oder? Da gab es verschiedene Meinungen. Ich habe irgendwie meine Antworten auf den Titel bekommen. Discovery, RTL, ProSieben. Ich habe keine Ahnung. Aber sie machen zumindest nichts mit Fußball. Also das scheint alles ganz okay zu sein. Jetzt muss ich ganz kurz nochmal stocken. Okay. Ne, das fange ich jetzt nicht noch an das Thema, weil ich gerade gesehen habe, es gibt einen neuen Artikel vom Kicker zum Thema Quadratik. Ja, der ist dünn. Der hat gerade auch drüber gestolpert. Der ist total dünn. Und trotzdem machen sie einen Fass auf. Und das heißt, sie wollen ihm echt jetzt mittlerweile ans Bein pinkeln, was ich total gut finde. Ja, es kann nicht schaden, da so ein bisschen nachzubohren. Nee, nee, aber da machen sie echt einen Fass auf. Und irgendwie bla, bla, bla. Drei Monate später und 2016 und so. Das ist echt keine, keine große Nachricht. Aber sie machen einen Fass auf. Und das kommt in der Printausgabe. Also der Druck auf dem Dietrich-Kessel steigt. Das ist gut. Ich hoffe, es ist nachhaltig. Ich hoffe, es ist gut recherchiert, weil alles andere würde natürlich Wolfgang Dietrich in die Karten spielen. Ja. Ja, also da wird es, denke ich mal, spätestens nächsten Montag hier bei uns wieder neue emotionale Momente geben, was das Thema angeht. Also Leute, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr vor allem dann auch die Q&A-Ausgabe so reichhaltig gedownloadet habt. Das ist natürlich immer so eine Sache, wenn du an Feiertagen Ausgaben rausgehst, also das war schon ziemlich cool. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann schaut doch mal bei iTunes vorbei. Gebt eine Bewertung ab, am besten natürlich fünf Sterne. Zur Not sind es nur zwei oder drei, aber... Ja, zwei ist zu wenig. Also zur Not vier. Vier ist das Nächste. Also wenn er keine fünf macht, dann lasst es eigentlich lieber gleich. Ja, oder? Das kann man so stehen. Ich weiß nicht, ich habe da keine Ahnung von dem iTunes-Geschäft, aber unter fünf Sterne dann lieber gleich gar nicht. Genau, also bewertet diesen Podcast auf iTunes. Wenn ihr euch ja einfach mit einem Kommentar an dieser Ausgabe beteiligen wollt, dann nutzt die Möglichkeit über Twitter. At VFBSTR ist der Twitter-Handle. Wenn ihr mich vielleicht einfach nochmal maßregeln wollt, weil das ein oder andere Wort über gewisse Grenzen hinausging, dann könnt ihr mich erreichen unter at Ricky Palm auf Twitter und der Sebastian. Den findet ihr unter at Butze. Nicht nur mit tollen Katzen-Content, sondern auch mit hervorragenden Lauftipps. Also sollte da irgendeine Frage bei euch im Kopf rumgehen, wie kann ich den nächsten Ultramarathon erfolgreich bestreiten, dann ist der Butze hilfreich, mit Kommentaren anzuschreiben, bitte. Und natürlich der wundervolle Vertikalpass at Vertikalpass und natürlich vertikalpass.de Große Empfehlung für mich immer oder an euch von mir sind die GIFs, die es nach jedem Spieltag gibt. Das sorgt immer dafür, dass selbst die schlimmsten Momente mit einem Schmunzler untermalt werden von euch. Also auch diesmal wieder die Osterausgabe besonders empfehlenswert. Gut, Sebastian, wir gehen nach Hause und hoffen, dass es nächste Woche besser wird. Mal wieder. Es kann nur besser werden, oder? Nach 0 zu 6 auswärts, also als wenn es nicht besser wird, dann können wir den Tag, glaube ich, dicht machen. Es bleibt immer wieder. Aber ich habe mir noch kurz überlegt, wir machen das jetzt seit Beginn der Rückrunde den Podcast zusammen und wir haben einen Sieg, eine Sportvorstandentlassung und eine Trainerentlassung, oder? Ja, und einen neuen Sportdirektor haben wir auch schon gefunden zusammen. Ja, und einen neuen Sportdirektor. Also ja, das zeigt ja auch nochmal die verheerende Bilanz, des VfB Stuttgart im Jahr 2019. Aber, naja, gut. Wäre der VfB in der Pause ja hier, wir wären Stranger Things. Man denkt, es könnte nicht schlimmer kommen. Ja, genau. Es kommt immer noch Stranger Things in Cannstatt, ja. Genau, schön. Also, bis dann. Wer kann ich nicht mehr sagen? Ciao. Genau. Also, bis dann. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020